So, wir gehen jetzt mal hier rüber zum guten Mäppi, der sitzt hier schon die ganze Zeit seit 24 Minuten und wartet. So. Da ist er. Könnt ihr ihn sehen? Könnt ihr ihn sehen? Könnt ihr Mäppi sehen? Und vor allem könnt ihr ihn hören, sag mal was. Mäppi, grüßt euch. Ja, ich begrüße euch alle. Oh Mann. Ja, das klappt tatsächlich. Ich sehe es jetzt auch. Es klappt tatsächlich, ja? Es klappt tatsächlich. Ja, erstmal schön. Du bist jetzt quasi der erste Hertha-Gast. Das Format heißt Diagonalball, weil ich den Ball quasi diagonal zu dir rüberspiele und mit dir quatsche. Ja, freut mich, dass du zugesagt hast. Wird auch mehrere Folgen hiervon geben. Ich habe jetzt schon ein paar mit nicht-Härter-YouTubern gemacht. Bleib bei deinem Verein, sage ich dazu nur. Und freut mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Die Leute sagen auch, man sieht ihn im Bild, man hört ihn sehr, sehr schön. Ja, freut mich, dass es geklappt hat, mein Lieber. Wir hatten es ja eigentlich für Mittwoch geplant. Muss ich dann aus beruflichen Gründen nochmal spontan absagen. Aber du bist ja sehr, sehr flexibel. Erzähl erstmal ein bisschen was von dir. Wie heißt du? Was machst du? Wo kommst du her? Und so weiter. Ja, tatsächlich kann man sagen, ich heiße Marc. Bin 80 Jahre alt, komme irgendwo aus Brandenburg. Also irgendwo aus Brandenburg halt. Du weißt selber nicht genau. Ja, bin Hertha-Fan jetzt seit gut. Sagen wir mal, Sympathisant schon etwas länger, aber richtig Hertha-BSC-Fan. Ja, seit dem Dresden-Spiel, dieses DFB-Pokal-Duell, was mich wirklich gefesselt hat. Und seitdem bin ich dann tatsächlich richtig Hertha-Fan. Und ich denke mal, morgen ist, glaube ich, auch das erste Derby, was ich im Olympiastadion mit live erlebe. Und ich hoffe einfach, dass wir dieses Scheißspiel gewinnen. Egal wie. Ja, das ist mal eine Ansage auf jeden Fall. Also du wirst jetzt bald 18, okay. Morgen bist du auf jeden Fall mit am Start. Was warst du denn vorher, wenn du jetzt erst seit, also Sympathisant warst du schon vorher. Aber wenn du jetzt, ist ja auch nicht schlimm, kann man ja offiziell mal sagen. Wenn du seit, sag ich mal, wie lange ist das jetzt her mit dem DFB? Ist es zwei Jahre her? Ist es schon wieder drei Jahre her? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich war doch unter anderem, Poppitz. Ja, was warst du vorher? Ja, ich würde sagen, vorher, ich sag mal so, eigentlich gar kein Fußballfan. Vorher nur so ein bisschen deutsche Nationalmannschaft, WM, EM. Und dann halt bei FIFA die ganze Zeit immer Hertha ausgewählt. Aber so an sich kein Fan. Halt nur so Sympathisant. Und halt ab und zu einen Ausflug dahin gemacht, würde ich mal so sagen, ins Oli. Und das hat dich dann gefesselt. Ich meine, das war auch ein geiles Spiel. Ich war leider nicht im Stadion, aber ich hatte sehr, sehr viele Freunde, die im Stadion waren. Erzähl mal so ein bisschen, also was hat dich da so krass gefesselt? Es war ja wirklich geil. Wie viele Dresden-Fans waren da? Es war unfassbar, oder? Ja, das, 35.000. Und natürlich, das Ding, das war nahezu komplett ausverkauft. Stimmung, vor allem auch die Hertha-Fans. Nicht nur die Dresden-Fans haben Stimmung gemacht, sondern auch die Hertha-Fans. Das war, glaube ich, dementsprechend auch wahnsinnig laut. Ich saß direkt neben der Ostkurve. Das war Wahnsinn. Das war laut, auch im, ich glaube, es war Familienblock oder was es damals war. Da hat auch nahezu viele Leute mitgesungen. Da stand man auch, glaube ich, nahezu 90 Minuten lang das ganze Spiel. Das war echt eine gute Erfahrung. Ja, nee, also finde ich ja cool. Vor allem kann man, also was man dir auf jeden Fall nicht vorwerfen kann, ist, dass du ein Erfolgs-Fan bist. Weil das, sonst wärst du ja nicht Hertha-Fan geworden. Also ich meine, in der Zeit lief es ja nie wirklich gut. Das muss man schon so ehrlich auch sagen. Lucky Heavy, ich lese nachher vor, vielen Dank für deinen Twitch-Prime-Sub. Genauso wie Marco, für elf Monate auch schon fast ein Jahr am Start. Ja, also, ja, seitdem bist du Hertha-Fan geworden. Und man kann sagen, eigentlich hast du noch nie einen Hoch erlebt, oder? Als Hertha-Fan. Ich würde vielleicht die kurze Phase unter Bruno Labbadia sagen. So, Saison, was war es, 20? Nee, es war auch 29 da, als man auch den Klassen halt da geschafft hat. Das war so das Einzige, wo ich mal so drei Siege in Folge gesehen habe. Aber da hatte man ja auch ein bisschen Hoffnung, so mit Labbadia. Ich fand auch Labbadia immer noch, ich finde, das ist kein schlechter Trainer. Ich fand, ich habe es auch nicht verstanden, warum er dann die Mannschaft nicht mehr erreicht hat. Aber da muss man, finde ich, irgendwann auch mal eher die Mannschaft in Frage stellen, anstatt immer jeden Trainer. Ich muss sagen, zu Labbadia, man muss ja sagen, er wurde ja nach dem Hoffenheim-Spiel rausgeschmissen. Und da waren es ja auch nur so drei Nierlangen in Serie. Und Typhon Korkut, der sitzt hier acht Nierlangen am Stück und ist immer noch Trainer. Das Geile ist, was ich an dir wirklich gut finde, ist, dass du wirklich kein Blatt vor den Mund nimmst. Ich weiß nicht, wie viele, hast du schon mal gesehen, dass ich Reactions auf dich gemacht habe? Oder bekommt man das gar nicht so mit? Also ab und zu, wenn du das zum Beispiel mit einem Ad in den Titel tust, dann sehe ich das natürlich. Aber in Streams live sehe ich das nicht. Ich gucke zwar oft deine Streams, aber nicht so oft, dass ich jede Reaction mitkriege. Ja, ab und zu sehe ich das. Freue mich dann auch immer. Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, auf jeden Fall nicht böse nehmen, wenn wir da ab und an mal ein bisschen Spaß machen. Oder ich mal ein bisschen Spaß mache. Das ist auf jeden Fall nicht böse gemeint. Also ich finde, du machst da tolle Arbeit. Du bist 18 Jahre oder knapp 18, sagen wir mal so, um da korrekt zu bleiben. Du machst super Arbeit, super Analysen. Du bist da sehr, sehr analytisch unterwegs. Und ich finde es wirklich gut, dass du auch kein Blatt vor den Mund nimmst. Das bringt mich dann auch manchmal ein bisschen zum Lachen, weil ich bin ja auch so, Korkut muss jetzt raus, alle raus am besten. Und nee, fand ich gut. Ich fand auch dein letztes Video, wie gesagt, sehr gut. Und wir haben immer so einen Insider bei dir, weil du hattest am Anfang so, du machst ja immer Hintergrundmusik rein, ne? Ja. Und am Anfang hattest du so eine Musik, die hat wirklich ohne Scheiße, das war so eine richtige typische Fahrstuhl-Jazz-Musik. Und das ist unser Insider. Immer wenn wir Fahrstuhlmusik in den Chat schreiben, dann wird eine Reaction auf dich gestartet. Aber leider, das ist jetzt eine ganz wichtige Frage, bevor wir mal in die Derby-Themen reingehen, wo ist die Fahrstuhlmusik? Wieso machst du die nicht mehr rein? Ich weiß nicht. Ich hab die auf einmal einfach rausgeschmissen. Ich hab nach anderer Musik gesucht, weil es hat mir irgendwie selber nicht so gefallen. Weil ich such so eher so, ich sag mal, nicht emotionale Musik, aber ich hab so ein anderes Genre einfach gesucht. Das hat mir irgendwie selber nicht gefallen. Weiß ich auch nicht. Ja, das war einfach geil, weil du hast dich über, ich weiß gar nicht mehr, um was es ging, das erste Video, was wir geguckt haben, du warst richtig sauer und im Hintergrund war aber so eine fröhliche Musik und du sagst, der muss raus, der muss raus und im Hintergrund so, das war so geil, ich hab mich so weggepackt. Aber ich versteh's ja, jetzt hast du ja öfter mal so, ja, so wie so Filmmusik im Hintergrund. Das eine hört sich immer an wie Interstellar von Hans Zimmer. Das ist natürlich dann schon emotionaler. Ich sag nur, pass auf, nicht, dass du mal eine Abmahnung kassierst für die ganzen Bilder, die du da immer verwendest, weil mittlerweile bist du ja auch, kannst du das ja auch monetarisieren, wie ich gesehen hab. Ja, zu den ganzen, zu dieser Bilderthematik sag ich, in den Videos versuch ich das zu reduzieren. Ich versuch das tatsächlich bei Google auch einzugeben, urrechtlich nicht geschützt. Manchmal, wenn ich nicht so viel Zeit habe, scheiß ich drauf, muss ich mal so sagen. In den Thumbnails versuch ich das genau so zu verändern, dass es ununterscheidbar ist von anderen Bildern und bis jetzt ist es gut gegangen. Das ist schon sagen, das ist ähnlich wie die Stalin-Sorg, eine sehr schwierige Thematik, was die Rechte angeht. Also ich war ja neulich extra bei einem Medienrechtsanwalt. Ja, der genau so eine Leute wie uns abmahnt für irgendwelche Fotografen. Und ich kann es nur empfehlen, natürlich, wo kein Kläger, da kein Richter. Kann auch sein, dass es nicht passiert. Ist genau wie mit den Stadion-Vlogs. Aber das geht halt so krass ins Geld, dass wenn du einmal gleich abgemahnt wirst, auch selbst für so einen Thumbnail, meinte er, ein guter Anwalt mahnt dich da trotzdem ab, dann kriegst du eine Strafe von 3.000 bis 5.000 Euro mit Anwaltskosten und das will man ja nicht riskieren. Also das auf jeden Fall nur mal als Hinweis. Und RealNiko hat sich auf jeden Fall meine Ansage vorhin in seinem Stream zu Herzen genommen. Danke für dein Sub-Gift, du geile Sau. Bruder, Herzliebe geht raus. Natürlich ein Toast auf dich, als wärst du ein Sandwich-Maker. Ja, dann lass mal zum Derby kommen. Also erstmal fand ich ja, die Meinung ist ja auch in unserer Community natürlich absolut gespalten. Ich fand das Spiel absolut wie du. Du fandest es sogar noch schlechter als ich. Also ich fand es auch schon schlecht, aber ich glaube, du fandest es noch schlechter als ich, das Spiel. Aber ich fand deine Meinung gut und ich fand es auch gut, dass du die so durchgesetzt hast, obwohl halt die Lager sehr gespalten waren. Sonst ist es ja immer so, wenn Hertha schlecht spielt, sind sich eigentlich alle einig, außer vielleicht zwei von 100. Wenn Hertha gut spielt, sind sich alle einig, außer es gibt immer zwei, die sagen, ja, ja, jetzt übertreibt ihr wieder. Aber dieses, also so gespalten wie dieses Mal, habe ich es auch noch nicht erlebt. Erzähl mal, wie du das letzte, also in kurzen Zusammenfassung, was dich so krass gestört hat am letzten Spiel und was wir anders machen müssen gegen Union, um zu gewinnen, aus deiner Sicht. Also ganz klassisch, also es kann nicht sein, dass jeder zweite Pass nicht ankommt. Das war so schrecklich anzuschauen. Der Spielaufbau war eine Katastrophe. Ja, ein bisschen Kampf und Leidenschaft war da zu sehen, aber für mich war das spielerisch offensiv eine Katastrophe. Mehr als ein Zufallsprodukt und das Tor war da meiner Meinung nach nicht. Und deswegen habe ich das auch so krass kritisiert, weil ich fand das noch schlimmer als alle anderen Spiele, obwohl es nur 2 zu 1 war. Ja, und was sagst du, was müssen wir jetzt besser machen? Also die Offensive hat dir nicht gefallen, hat mir natürlich auch nicht gefallen. Ist ja ganz klar, also du kannst keinen Blumentopf gewinnen, außer du hast mal per Glück irgendeine Chance oder einen Standard oder so, aber darauf kannst du ja nicht jedes Spiel setzen. Also du kannst ja nicht in der Liga bleiben, vor allem wenn du auf Platz 17 gerade bist mit dem Torverhältnis. Was würdest du dir wünschen für das Spiel morgen? Ich sage mal so, Union ist immer so ein Gegner, das ist sehr schwierig einzuschätzen. Wir haben da unter Pahl verloren, wir haben unter Korkut verloren, sind da unterschiedlich rangegangen. Vielleicht für morgen würde ich mir halt eher wünschen, dass halt wirklich Jovic von Anfang an startet, damit man dort halt ein bisschen mehr Variabilität in der Offensive zeigen kann. Ich würde mir vielleicht auch mehr wünschen, Herr Plattenhard würde ich mir eigentlich auch wünschen, wir brauchen Standards, das war ganz klar. Was Vladi da gegen Leverkusen gemacht hat, das war scheiße, das war absoluter Mist. Wir brauchen Standards, wir brauchen jede Menge Glück. Ich sage mal so, wir werden gegen Union nicht mehr Torschläge kriegen, als gegen Leverkusen, davon gehe ich ja fast schon aus. Und ich finde auch, man braucht so ein bisschen, wie Magath gesagt hat, ja die Fans hinter sich, vielleicht gibt das die restlichen Prozent, die man braucht, um ein Derby zu gewinnen. Das auf jeden Fall, aber ich finde es auch wichtig und ich glaube aber da morgen auch dran, dass wir als Fans, ja, wir sind jetzt das erste Mal, ich weiß gar nicht, wie lange die Ultras weg waren, ich glaube über zwei Jahre. Es ist für mich ganz, 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 ganz entscheidend, egal wie das Spiel laufen sollte, wenn wir Scheiße von Anfang an spielen, wenn wir 0-1 hinten liegen, wir müssen die ganze Zeit hinter der Mannschaft stehen, weil das kann wirklich morgen nochmal einen Effekt geben. Ausverkauftes Haus, Derby, ich weiß nicht, wie viele Unioner kommen werden, bestimmt 15.000 bis 20.000. Ich glaube, das wird auch ganz, ganz wichtig sein, dass wir da alle nicht, sage ich mal, jetzt nach dem 0-1 dann wieder alle total abgefuckt sind und keine Stimmung mehr machen. Ja, ich glaube auch, wo ich da sitze im Standard-Wenn, denke ich mal, sehr viele Unioner sitzen. Da habe ich ein bisschen Sorge vor, also auf jeden Fall. Hast du wieder Karten im Union-Block gekauft oder was? Nee, 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 ich bin mir ja relativ sicher, dass da waren, wo ich gekauft habe, da waren im freien Verkauf noch richtig viele frei und ich bin mir nicht sicher, dass da nur Hertha-Fans-Karten gekauft haben, auch wenn es natürlich als Heimblock deklariert ist. Ja, ja. Bist du Oberring oder Unterring? Oberring, nicht. Oberring. Ich habe ja, Montag war eine spontane Entscheidung, dass ich mir das überhaupt gekauft habe und von daher konnte ich dann den letzten Rest mir abgreifen. Wie würdest du denn aufstellen? Ich habe heute meine Aufstellung abgegeben. Ich habe 4, 2, 3, 1 gesagt, wäre meine Lieblingsaufstellung. Wie würdest du denn aufstellen taktisch und wen würdest du an Spielern aufstellen? Das würde mich auch mal interessieren. Wir haben ja gerade über Platte schon gesprochen, wegen Standards. Wie würdest du aufstellen? Also, ich, auf jeden Fall Viererkette, das ist ja ganz klar. Ich weiß nicht, ich bin mir noch relativ sicher, ich würde wieder stark auf die Sechser-Position stellen, aber da er da, ja, dann würde ich davor, Toussaint, Vladdy, Vladdy würde ich rausnehmen auf jeden Fall, so viel steht für mich eigentlich nahezu fest, auch wenn er höchstwahrscheinlich wieder spielen wird, weil das ist... Na klar spielt der. Ja, natürlich. Deswegen kann man das schon mit einrechnen. Ja, ich würde am besten eigentlich wieder Jovchic und Belfodil irgendwie zusammenspielend sehen, auch wenn das wahrscheinlich nicht klappen wird. Am liebsten würde ich natürlich mit Flügelspielern spielen, aber wir haben ja keiner. Deswegen ist das auch... Ja, eben, das ist das Problem. Ja. Also, wen würdest du zum Beispiel in die Innenverteidigung stellen? Wenn du es jetzt wirklich, also unabhängig davon, was du glaubst, wer spielt, wen würdest du aufstellen in der Innenverteidigung? Am liebsten wären mir Martin und Linus, weil, sorry, Derek hat in den letzten Spielen überhaupt keine gute Form abgegeben und Mark überkämpft. Bis jetzt, bis hier ein Katastrophentransfer, hat ja wirklich beim Kicker in nahezu jedem Spiel eine 5 bekommen als Note, außer in dem einen guten Spiel. Und das ist... Also, an sich jetzt rein von der Form her würde ich vielleicht Martin und Linus aufstellen, aber zwei 18-Jährige, beziehungsweise 19-Jährige, kannst du da auch nicht reinschmeißen. Vielleicht Martin und Dedrick. Martin und Dedrick, okay. Und Gechter hat dir nicht so gut gefallen, der hat ja dann Linksverteidiger-Positionen gespielt, eigentlich relativ ungewöhnlich für den Rechtsfuß, einen Rechts- und Innenverteidiger, aber er war nicht so schlecht eigentlich, fand ich. Ja, ich würde Linus... Ja, sehr schwierig einzuschätzen, wie gesagt, vielleicht auch Dedrick und Linus, aber man braucht einen Linksfuß in der linken Innenverteidiger-Position und da weiß ich nicht. Ich würde da schon gerne eigentlich Martin so... Ich würde gerne einfach mal wieder seinen Spielaufbau sehen. Vielleicht ist ja das, dieser entscheidende, ja, ich sage mal, dieser schnelle taktische Zug, irgendeinen wahnsinns Pass wieder auszuhauen, der in die Spitze geht. Das hat der Martin einige Male schon geschafft, hat damit gute Eingriffe eingeleitet. Ich würde ihn einfach gerne mal wieder sehen. Vielleicht auch auf der Sechser-Position, weil die haben ja eigentlich auch gespielt. Ja, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, die haben ja ein Trainingsspiel am Mittwoch gemacht, also da war A11 gegen B11 und da war Kempf eben auch bei der B11 und Linus mit Boyata, wie du es gerade gesagt hast, oder nee, Linus mit Boyata und Martin hat auf der Sechs gespielt. Weil das, was wir ja auch schon merken, wenn wir eben nach vorne nicht so gut spielen können, wo wir ja einfach limitiert sind, vor allem, wenn wir mit einem zentralen Mittelfeld spielen, von geführt nur Defensivleuten, weil Darida ist für mich einfach ein Defensivmann, sonst drehst du dich nicht die ganze Zeit nach hinten, wenn du einen Ballgewinn hast. Dann musst du ja eigentlich auf Standards hoffen und wenn Platte nicht spielt, ich weiß jetzt auch nicht, wie fit er ist, das kann ich jetzt nicht einschätzen, aber dann wäre natürlich Martin wenigstens einer, der krasse Standards schießen kann, unabhängig jetzt von der Spieleröffnung. Ja, also für mich steht, ich hätte auf jeden Fall Martin einfach reingetan. Ich muss mal sagen, er spielt ja seitdem Pal Dada nicht mehr da, ist überhaupt keine Rolle mehr und das ist für mich eigentlich unverständlich. Der war nie der Mann, wo ich gesagt habe, das ist der schlechteste Mann. Und er war auch nie der eine, wo ich auch gesagt habe, er spielt nur, weil es der Trainer so will. Weil er hat ja wirklich phasenweise gute Leistungen abgeliefert. Das war vor allem am Ende der letzten Saison wirklich eigentlich relativ gut zu betrachten. Vor allem in der Fünferkette hat er sehr gut funktioniert und auch dann in der Saisonvorbereitung in der Viererkette gegen Liverpool oder was es da war, hat er auch sehr gut gespielt, muss ich sagen. Und dann die paar Male, also er hat ja gegen Köln, glaube ich, also da hat ja Modest sich so ein bisschen aufgestützt, wo man gesagt hat, naja, ein Bundesligaspieler muss sich da besser durchsetzen und so weiter. Aber der hat ja auch sehr, sehr oft, falls du dich noch daran erinnerst, wo wir die ganzen muskulären Probleme mal hatten bei den Spielern, hat er ja gespielt, wo er selber angeschlagen war und dann war er natürlich nicht komplett fit. Und man muss auch sagen, also wie du schon sagst, unter keinem Trainer mehr eine Rolle gespielt, weder Korkut jetzt noch als Magath. Der braucht ja auch Spielpraxis als junger Mensch. Kannst du jetzt nicht erwarten, das fand ich ja richtig dreist. Der hat ja überhaupt keine Rolle gespielt unter Korkut und dann setzt er ihn gegen Bayern ein und wechselt ihn in der 70. Minute aus. Was ist das denn? Also wie sehr willst du denn jungen Menschen noch therapieren? Ich muss ja auch sagen, es wurde ja im Winter irgendwie debattiert, dass er ja zum FC Basel hätte wechseln können und dann wurde ihm ja schlussendlich der Wechsel verwehrt. Dann ist Jean Tonariah gewechselt und Mark over Kempf ist gekommen. Also für mich macht das einfach keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Ich weiß nicht, was Bobic dafür im Plan hatte. Er hat für mich einfach keinen Sinn gemacht. Vor allem, ich verstehe auch nicht, also man kann ja jetzt sagen, ja, Kempf kommt noch und so weiter, aber bisher, was ich für Leistungen sehe, man hat sich immer über Marton oder Jordan aufgeregt. Ja, die sind nicht Bundesliga-tauglich, wenn sie mal Fehler gemacht haben. Bei Boyata oder bei Kempf sagt, oder Stark sagt kein Mensch was. Die machen andauernd irgendwelche Fehler. Ja, das ist also, ich möchte nicht sagen, dass Dedrick overrated ist, aber seit Bruno Labbadia ist er überhaupt nicht mehr in Form. Da gab es ja mal ein ganz cooles Innenverteidiger-Duo unter Bruno Labbadia, Jean und Dedrick, aber wir haben in dieser Saison ja mit zig verschiedenen Innenverteidiger-Duos gespielt oder mal ab und zu auch mal ein Trio. Also da kann sich doch kaum Automatismus oder Konstanz bilden, wenn einfach ständig andere Leute zusammen spielen. Ja, das stimmt. Das stimmt definitiv. Und was aber krass ist, was mir aufgefallen ist, im Endeffekt setzt ja jetzt Felix Magath, also wenn man so von der Formation schaut und auch von den Spielern her, häufig eigentlich auf ähnliche Leute, außer jetzt Marton vielleicht, aber auf ähnliche Leute wie Pal Dardai. Und da muss man auch sagen, also ohne jetzt hier in einen Bobic-Kritik-Stream abzudriften, aber er wollte irgendwie, das war ihm zu wenig und jetzt kommt der nächste Trainer, der ja, also ich vertraue ja auch auf Felix Magath, weil er viel Erfahrung hat, aber jetzt kommt der nächste Trainer mit Magath und macht im Endeffekt genau das Gleiche wie jemand, der von Bobic in der Öffentlichkeit massiv kritisiert wurde für den Fußball, den er gespielt hat. Wobei alle früher schon gesagt haben, also nicht alle, aber ich zum Beispiel auch gesagt haben, ey, vielleicht ist das einfach das Beste, was du mit diesem unausgewogenen Kader machen kannst. Wie siehst du das? Ja, also ich habe so nach dem 1-1 gegen Augsburg überhaupt nicht damit gerechnet, dass Dardai fliegt. Damit habe ich einfach nicht gerechnet. Ich habe auch den Grund dafür, nach dem 1-1 gegen Augsburg nur ein bisschen, ja, wertgeschätzt. Ich finde einfach, wir haben die Punkte geholt, die nötig waren und das ist das einzigste Wichtige, vor allem nach diesem Saisonverlauf. Also, wir haben, ich muss es ja so sagen, Tywin Korkut war ein Scheitern auf Ansagen. Da hat doch direkt jeder, nachdem der Trainer angestellt wurde, hat doch direkt jeder gesagt, dass das nicht sein kann. Und ist es gekommen? Genau so ist es gekommen. Tywin Korkut hat vier gute Spiele, äh, drei, drei gute Spiele. Und, naja, wenn überhaupt, ja. Naja, das gegen Dortmund, das gegen Bielefeld und das gegen Bochum vielleicht noch. Aber ansonsten, es war ein Scheitern auf Ansagen. Für mich, Dardai rauszuschmeißen, eine Entscheidung, die kann ich noch teilweise nachvollziehen, aber Korkut dafür reinzuholen, vor allem immer diese Leute, die dann immer sagen, ja, es wollte kein anderer Trainer zu uns. Ja, wenn kein anderer zu uns wird, dann kann ich aber, dann muss ich mit Dardai halt weitermachen. Also, wenn Korkut die Alternative ist und wie du schon gesagt hast, also, wir haben ja dann, wir wollten ja den auch nicht vorverurteilen, ne? Wir haben dann einfach gesagt, ja, komm, wir probieren es jetzt mit Korkut. Wir wollen ja jetzt nicht fies sein. Jeder hat seine Chance verdient, aber trotzdem, also, als der vorgestellt wurde, jeder Hertha-Fan und auch außerhalb von Hertha, die haben uns doch alle ausgelacht. Die haben uns doch alle ausgelacht. Also, wie kann man denn den Trainer, also, wo hat er es denn mal bewiesen? Das Einzige, was meine Hoffnung war und auch von vielen, glaube ich, war ja, er hat ja bei manchen Vereinen zumindest mal ein halbes Jahr performt. Das hat er ja bei manchen Vereinen hinbekommen und ich glaube, das war so ein bisschen die Hoffnung. Ja, das hat er in Stuttgart geschafft, als er dort angestellt wurde. Da hat er in der ersten Saison sogar gegen die Bayern gewonnen und hat er, glaube ich, fast eine komplette Rückrunde gewonnen. Aber ist er dann, sobald die nächste Saison angefangen hat, direkt aus dem DFB-Pokal geflogen, direkt drei Niederlagen miteinander und war dann auch wieder schneller weg, als er gucken kam. Von daher, also, es war für mich, ich konnte es einfach nicht nachvollziehen und das hat man dann gesehen. Dann das Schlimme war ja, dass man so Ewigkeiten auf ihn gesetzt hat. Nach der Niederlage gegen Kreuter Fürth ist Schluss. Das geht nicht, dass er da noch zehn Spiele weitermachen kann. So, wenn man gegen Kreuter Fürth nicht gewinnt, dann kann man auch nicht gegen Frankfurt, Freiburg oder Leipzig gewinnen. Also, und dann stehen wir halt damit. Null Punkten aus fünf Spielen. Zumal es ja Magath, wenn er jetzt Magath geholt hat, hätte es ja auch viel einfacher gehabt, hätte er ihn einfach nach dem Fürth-Spiel geholt. So ist es ja viel, viel schwieriger noch als Situation. Innerhalb von acht Spielen so eine Mannschaft, die gefühlt keine Mannschaft ist und völlig überfordert ist. Also, ich muss wirklich sagen, ich habe Bobic Verpflichtung sowieso schon kritisch gesehen, als ich gelesen habe, dass er der bestbezahlte Manager der Liga wird, weil ich mir dachte, ey, wer sagt mir denn, dass der alles im Alleingang da in Frankfurt gemacht hat und der ja auch in Stuttgart schon gescheitert ist. Aber mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Aber nach der ersten Saison ist der auch grandios gescheitert. Das muss er auch selber einsehen. Ja, man muss aber dazu halt auch sagen, ich sehe es noch nicht ganz so kritisch bei Bobic, weil man muss halt sagen, Hertha BSC, das ist vom Verein her einfach eine Katastrophe, was Brez hier teilweise hinterlassen hat. Da kann niemand mit was anfangen. Das kannst du eigentlich nur komplett abreißen, den Verein. Aber die erste Sommertransferphase von Bobic, weiß ich nicht, ob sowas sein muss. Also, das war ja wirklich, das war eine Katastrophe. Vor allem kannst du ja nicht alle, du kannst ja nicht alle, also, ich verstehe ja, dass er Spieler von der Gehaltsliste bekommen will. Oh, 1-0 Dortmund, sehr wichtig für uns übrigens. Ja. Sehr, sehr wichtig. Du kannst ja Spieler verleihen, wenn du die von der Gehaltsliste bekommen willst, verstehe ich, und du die verkaufen willst. Aber du kannst doch nicht alle Spieler, also, selbst ein Luke Bakio, den ich so gehatet habe, wirklich, das war ja schon Hate von mir, aber ich kann ihn halt nicht abgeben, wenn ich dann noch schlechtere Spieler hole, die noch weniger bringen, weil im Endeffekt waren ja Kunja und Luke Bakio, was Scorer-Punkte anging, der Grund, warum wir letztes Jahr noch irgendwie drin geblieben sind. Und jetzt haben wir, keine Ahnung, jetzt haben wir eigentlich gar nichts. Wir haben Suat Serdar, der hat super angefangen, aber irgendwie, seit Korkut da ist, ist der auch in einem absoluten Loch, habe ich das Gefühl. Ja, man muss halt dazu aussagen, findest du ja okay, dass man Kunja Cordoba verkauft hat, aber mit Jovicic, der in Monaco die Hälfte der Zeit gefehlt hat, weil er verletzt war, und in Belfodil in die Saison zu gehen, es ist... Selke. Oder Selke, natürlich auch Selke. Der Kader wurde so verschlechtert, es ist Wahnsinn. Und dann Mission Maulida, ich, also ich bin wirklich, ich hate den, also ich muss sagen, ich war, ich hab ihn teilweise wirklich gehatet, weil das war noch schlimmer als Suke Bakio in seinen tiefsten Zeiten. Ja, aber man sieht eigentlich, aber guck mal, man hat doch vorher schon, also du machst ja auch diese Transfer-Videos wie ich, also unser Content ist ja relativ ähnlich, und wenn du dir, als der verpflichtet wurde, ich guck mir an und sage, so, der war bei Nizza Ersatzspieler und konnte sich nie durchsetzen. Wie soll der jetzt uns weiterhelfen als Stammspieler? Also, also wie soll das funktionieren? Und da hat man ja auch schon gelesen, warum war der kein Stammspieler? Genau wegen diesen Attributen. Lustlosigkeit, keine Mentalität und so weiter. Also was soll so ein Transfer für vier Millionen, wenn man kein Geld hat? Dann hole ich lieber irgendeinen Zweitligaspieler, der weniger kostet und vielleicht nicht diese krassen Attribute hat wie er, aber der sich wenigstens rein... Also ich verstehe diese Transferpolitik. einfach nicht. Ja, ich finde es immer noch am besten, es war vor der Saison klar, dass man eine Rechtsverteilung und einen Flügelspieler verpflichten muss und am Ende ist man dann nur schlechter geworden. Ja, am Ende holt man dann... Also das ist ja auch völlig, völlig, also völlig nicht nachvollziehbar zum Beispiel auch, wenn wir uns jetzt Christensen angucken, von der Transferpolitik her. Du holst ihn, also erstmal, Lotka, der macht es ja wirklich gut, der wird ja morgen auch wieder am Tor stehen, wir werden ja sehen, wie er morgen spielt, aber bisher muss man ja sagen, also das kann jetzt keiner bestreiten, ist er auf jeden Fall nicht schlechter als Schwolo. Also das schon mal nicht zu erkennen als Torwart-Trainer, das geht für mich klar auf die Kappe auch von einem Menger, weil der muss sowas erkennen, ist schon mal schlecht, dass der nur fünfter Torwart ist. So, dann holst du Christensen und jetzt ist Schwolo verletzt und Christensen ist dritter Torwart hinter zwei Torhütern, die wir beide aussortiert haben, weil wir sie nicht verlängert haben. Also was ist denn das für eine Transferpolitik? Das ist bis Thielen, ich muss halt auch sagen, Christensen sind für drei Millionen Euro zu verpflichten und dann in der gesamten Wintertransferphase davon zu erzählen, dass man kein Geld hat und dass man so sparen muss, also das ist alles. Ich kann nicht in den Verein reingucken, in die Köpfe von Freddy Bobic, aber für mich als Außenstehender wirkt das absolut planlos, was er bis Thielen veranstaltet hat. Und ich muss auch noch dazu sagen, Andreas Menger, unser Torwart-Trainer, der ist ja in Köln krachend gescheitert. Als er bei uns verpflichtet wurde, alle Köln-Fans haben uns ausgelacht, muss man halt wirklich so sagen, weil halt eben Timo Horn unter Andreas Menger in ein absolutes Leistungstief geraten ist. Und das sieht man jetzt auch am besten bei Schwolo. Definitiv. Und ich sag's nochmal, am Ende, ein Manager kann auch nicht alles perfekt selber entscheiden, der verlässt sich auf einen Trainer zum Beispiel, wen sollte man verlängern? Der verlässt sich auf Scouts und der wahrscheinlich Kaderplaner, keine Ahnung, Dirk Duffner, was der da überhaupt macht, aber der verlässt sich natürlich auch auf einen Torwart-Trainer. Und wenn der Torwart-Trainer denkt, Lotka ist der fünfte Torwart und was ich höre aus den Kreisen ist, dass Menger unbedingt Christensen haben wollte. Der wollte den unbedingt haben. Also wenn Bobic nicht genug Fachverstand hat und auf Menger vertraut, dann würde ich spätestens jetzt mal Menger hinterfragen. Also wenn die Entscheidung, also entweder ist sie von Bobic, dann ist sie von Bobic schlecht, dann muss er sich fragen, was mach ich da? Wenn sie von Menger ist, dann muss ich sagen, also Menger, wie viel Ahnung hast du eigentlich vom Fußball? Das hier Schwolo, die ganze Zeit, also das ist wirklich unglaublich. Du darfst nicht ver... Also Schwolo hat ein Gehalt wie Selke. Die haben Gehälter, also davon träumt, keine Ahnung, ein Marton Dardai oder ein Jordan Torunariga. Das ist unfassbar, was die verdienen. Und das macht mich einfach sauer dann, wenn die so schlecht sind. Ich glaube, soweit ich mich auch nicht irre, zu Selke kann man auch sagen, ich habe mal gelesen, dass er schlussendlich auch nur im Team, weil Leute bei Pai Dardai es unbedingt wollte, Bobic wollte ihn eigentlich los, wäre nach Hoffenheim, glaube ich, im Tauschspiel mit Belfodil. Soweit ich mich ganz irre. Und das ist... Bis hierhin ist Selke in dieser Saison hat mehr Tore geschossen als in Bremen, muss man sagen. Aber... Wahnsinn. Also allein... Ey, ich muss mich mal ganz kurz bedanken. Alter, Leifemaster, vielen, 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 vielen Dank für 2022 Bits. Alter, ein Toast auf dich, als wärst du ein Sandwichmaker. Ich stoße mit dir an. Ich hoffe, du stoßt mit mir auch an. Bam! Danke für deinen Support. Ja, Selke definitiv, also ich weiß nicht, ob du dich an die Situation erinnerst, das war für mich härter, wie es leibt und lebt in Leverkusen. Da Rieder mit einem Freistoß aus dem Halbfeld auf Davy Selke an der Strafraumecke und Davy Selke hält einfach nur seine Birne rein und der Ball geht einfach nur ins Seiten aus. Und das war wieder so symptomatisch, wo ich mir denke, ey, die würden bei mir nicht mal in der dritten Liga spielen. Und Selke, unabhängig jetzt mal von Selke an sich, das ja geblieben ist, das wollte ja Pai Dardai, wie du gesagt hast, aber warum gibt man denn einen Gangkamp zum Beispiel ab? Also jetzt hat er sich einen Kreuzbandriss geholt, den hätte er ja vielleicht bei uns gar nicht gehabt. Ich fand den echt gut. Ich fand den echt gut unter, zumindest als Ergänzungsspieler war der doch nicht schlecht unter Pahl. Ja, man muss dazu sagen, er hat das entscheidende Tor gegen Schalke gemacht. Ich fand ihn auch an sich, er ist auf den Platz gekommen und direkt war Kampf, Elan und Laufbereiter da, wie sie von niemand anderem da ist. Und er ist dann halt auf einmal weg und dafür steht halt Davy Selke wieder da. Das ist alles bescheuert. Es ist wirklich nicht nachvollziehbar. Aber komm, lasst uns mal aufhören, so viel darüber zu reden, lieber den Blick so ein bisschen auf morgen. Es ist natürlich sehr schwer einzuschätzen. Hast du zufällig das Spiel Köln gegen Union geguckt? Nee, überhaupt nicht. Also ich gucke mir bloß nicht, das gucke ich mir nicht an. Was jetzt, Union oder Köln? Ja, ja, Union. Also eine Offenbarung war das auch nicht. Die haben ja auch, muss man ja sagen, mega viele Spieler verloren. Also die haben allein vor der Saison Andrich, jetzt noch Friedrich und Kruse. Jetzt werden sie noch bei Prömel verliehen. Die haben noch irgendeinen verloren. Noch irgendein Spieler ist gewechselt, auf jeden Fall. Also mittlerweile ist es eigentlich, also es ist wirklich auch nicht böse gemeint. Jetzt sagen alle, ja, Union ist der Favorit. Ja, weil die in der Saison gut gespielt haben. Aber wenn du dir den Kader anguckst, darf Union eigentlich gar nicht der Favorit sein. Da steht ein Sven Michel im Sturm. Also das ist für mich, also der, das was Oost Fischer da rauszut, das ist einfach nur sensationell. Aber das ist so ein zusammen, ich möchte nicht sagen zusammengewirrter Kader, aber was Union hier für Spiele hat, das ist, ey, das ist, wenn ich diesen Kader so sehe, das ist für mich eigentlich, ich würde nicht sagen zweitiger Kader, aber rein von den Namen her ist das für mich kein guter Kader, der irgendwo auf dem siebten Platz steht. Aber das, was Oost Fischer aus diesem Kader rauszut, was, wie diszipliniert dieser, die ganzen Spiele arbeiten und was die denn auch natürlich für Unterstützung von den Fans kriegen, das steht mir halt deswegen auf Platz sieben. Das Ding ist halt, Union hat auch gar keinen Druck gegen uns. Die haben ja zwei Stadtderbys in dieser Saison gegen uns schon gewonnen. Also sagen wir mal so, die können mega leicht aufspielen, weil selbst wenn die verlieren sollten, da wird doch keiner von den Fans sagen, ja, jetzt habt ihr hier das Derby verloren, was ist mit euch los und so weiter. Das wird ja keiner von den Fans bei Union sagen. Die haben eigentlich, die haben überhaupt keinen Druck. Die haben wirklich gar keinen Druck. Also die können eigentlich komplett befreit aufspielen, während wir eigentlich, also eigentlich ein, wie sagt man immer so, Do-or-die-Spiel haben, auch wenn, ich hoffe, Dortmund jetzt gewinnt, dann sieht es ja ganz gut aus, aber wir müssen dann so eine Gelegenheit auch mal beim Schopfe fassen, weil wenn Dortmund hier gewinnt, dann können wir an, zumindest mal kurzfristig an Stuttgart vorbeiziehen mit einem Sieg, aber dafür musst du halt auch erst mal gewinnen. Ja, also wenn da Union wieder, ich sag mal, die Mauertaktik raushört mit drei Innenverteidigern spielt, da voll noch ein tiefer Sechser, dann würdest du da mit unserer Gammel-Offensive nicht durchkommen. Das finde ich jetzt ganz schön despektierlich von dir, mein Lieber. Nee, aber du hast ja recht, vor allem bei diesem Umschalttempo, das wir haben. Also sei mir nicht böse, aber also wenn du, wenn du gefühlt, gefühlt wie so eine Ü50-Mannschaft da nach vorne umschaltest und dann Darida als letzten Passspieler hast, ich will nicht auf Darida an sich rumhacken, sondern er ist auch falsch eingesetzt, das ist auch nicht seine beste Position. Letztes Mal hat der Flügel gespielt, also sag mal, hör doch mal auf jetzt, was soll denn das? Ja, sieht man halt, also wenn Suat selber linker Flügel gespielt und Darida rechter Flügel, das ist sinnbildlich für alles, was bis hierhin falsch gelaufen ist in dieser Saison, das kann nicht sein und dann wundert man sich, warum die ja kein Tor schießen oder ja keinen Offensivdrang haben. Was, was, was tippst du denn jetzt erstmal so für morgen? Also ich meine, ich habe jetzt als Beispiel, ich habe 3-1 Hertha getippt, aber jetzt mal ganz ehrlich, ich habe es nicht getippt, weil ich davon mega überzeugt bin, sondern es ist halt, es ist halt einfach die Hertha-Brille, die ich da aufhabe und der, der krasse, die krasse Sehnsucht nach dem Derbysieg und die krasse Wichtigkeit, die dieses Spiel einfach beinhaltet, ich hoffe einfach so sehr drauf, dass dieser Effekt ausverkauftes Stadion, guck mal, Marton Dardai, Gechter, ganz, ganz viele Spieler, Lotka, die haben noch nie vor so einer Kulisse bei uns gespielt, die haben noch nie vor Ultras gespielt zu Hause und erst recht nicht vor so einem Derby, ich hoffe einfach, dass es denen nochmal so den Push gibt, gegen Hoffenheim hat man es gut gesehen, das Spiel hast du bestimmt auch gestreamt, dass da auch dieses Pressing, was die gespielt haben, dieses hohe, was ja mega erfolgreich war, auch die Fans so mega, ja wie sagt man, so angestachelt hat und die Fans haben dann wieder die Mannschaft angestachelt, ja was tippst du morgen, also ich hoffe natürlich auf diesen Effekt, aber irgendwie habe ich, ich will gar nicht in die andere Richtung abdriften. Ich will jetzt, ich stelle mich jetzt hier nicht hin und sage jetzt Hertha BSC wird verlieren, ich hoffe einfach, dass die Defensive weitestgehend sicher steht, ich hoffe einfach, dass Abonni und, ja keine Ahnung, wenn Michel und Vogelsammer überhaupt keine Chance morgen haben, da irgendwie durchzukommen, das war gegen Hoffenheim auch so, Hoffenheim hatte ja trotz Kamaric und ja den ganzen anderen Spielern kaum ja richtige Chancen, ich hoffe man wird morgen Glück haben und ich glaube, vor heimischer Kulisse kann man da mal ganz knapp mit 1-0 gewinnen, so ich hoffe auf ein zu Null-Spiel. Auf ein zu Null-Spiel, das ist ja, wann hatten wir das, ja doch gegen Hoffenheim hatten wir das letzte zu Null-Spiel, aber dann war es auch wirklich sehr sehr lange her, ja also ich meine, man braucht jetzt, also das wollte ich eigentlich damit sagen, also schön, dass du auch 1-0 tippst, aber wie du es ja auch mit dem Kader gesagt hast, gerade jetzt wo noch Kruse und so finden, die haben zwar noch ein Avonis, aber also man braucht jetzt auch nicht Union hier künstlerisch stark reden, das ist jetzt auch nicht, dass wir hier gegen RB Leipzig spielen, ja also es ist immer noch Union, die sind schlagbar, du kannst jeden in der Bundesliga schlagen, wenn du mit Leidenschaft und Mut spielst, aber die muss halt kommen und ich würde auch einfach mal so ein Avonis einfach Mann decken, was sagst du, also ich meine, die haben, sorry, die spielen mit Haraguchi. Ja, man muss halt sagen, der Kader vor der Union ist an sich sehr, sehr schwach, die haben, also da spielt der auch im Außen, spielt der Schraddo Becker und dann spielt er mal wieder Sven Miche, der auch Vogelsammer, das sind alles Namen, die waren in Bielefeld oder halt, die waren in Bielefeld Ergänzungsspieler oder halt in Palaborde in der 2. Liga irgendwo Stammspieler, also für mich sind das Namen, also Avonis jetzt natürlich ausgenommen, weil der ist wirklich recht stark, wenn der da im Strafraum zum Ball kommt, dann ist das sogar öfters mal ein Tor, aber ja, wenn man den Spieler eigentlich gut, ja, ich muss mal sagen, Mann deckt, kann man eigentlich, muss man eigentlich machen, meiner Meinung nach, weil Avonis, wenn der da wirklich zum Ball kommt, dann wird es halt gefährlicher, aber wenn man den dementsprechend ausschaltet, dann hat man eigentlich schon den Großteil der Unionoffensive wirklich aufs Spiel genommen und dann kann es halt etwas werden, wenn halt die restlichen Mannschaftsteile alle zusammen harmonieren, ansonsten wird das wieder nichts, aber mal schauen. Ja, hast du recht, ich meine, gut, der Pluspunkt bei Union ist halt, die sind wirklich ein Team, das ist ja das, was uns fehlt, die sind wirklich ein Team, da kämpft einer für den anderen, da weiß einer von den anderen Schwächen und Stärken und so weiter, aber, also mein Punkt ist einfach nur, dass man ja keine Angst haben muss, es ist ja nicht so, dass man da sagt, oh scheiße, die haben, keine Ahnung, einen Kunku, da kannst du machen, was du willst, der wird sowieso wieder seine Szenen haben, so ist es ja jetzt nun auch nicht, also wie du schon sagst, oder wie wir es gesagt haben, ich würde einfach Avonis Mann decken und vielleicht auch einfach mal, was ja gegen Leverkusen, wie hast du es gesehen, ich weiß jetzt nicht, wie viele gelbe Karten wir haben, wir sind auch in viel zu wenig aggressive Zweikämpfe gekommen, du musst einfach mal, du musst auch einfach mal, wie so ein Marc van Bommel früher, das muss einfach mal wehtun, wenn du gegen Hertha spielst, gerade in so einem Derby. Ja, man muss sagen, wir hatten gegen Leverkusen nur eine gelbe Karte und das war Kevin Prinz-Peng, der irgendwo auf der Bank gemeckert hat. Also, mit Askasiba und Tussar hast du ja durchaus Spieler, die halt mal die Grätsche nehmen können, aber es wird halt aktuell unter Maggat ein bisschen zu selten getan und Askasiba ist ja genau der Spieler, der hat ja zu Anfang der Saison ja genau diese beißrischen, aggressiven Zweikämpfe durchgeführt, aber irgendwie, jetzt seit einigen Spielen kommt er halt auch nicht mehr gut in Form, muss man halt wirklich einmal so sagen. Diese schreibt gerade, ich will zwei rote und sechs gelbe sehen. Ja, meinetwegen dann in der 90. Wenn wir schon führen können, können wir auch noch, obwohl rot ist für uns eine Katastrophe, aber du musst auch wenigstens, wie du schon sagst, also dann ist Boateng auf der Bank, weil er sich beschwert, der Einzige, der eine gelbe Karte kriegt, da kann man doch, aber das hat ja Maggat selber gesagt, der meinte, es war ihm einfach zu wenig Kampf auch. Ja. Altlast, danke für deinen Twitch-Primes-Up, zweiter Monat am Start, Abo-Falle schlägt zu, ein Toast auf dich, mein Lieber. Ja, also es ist, ähm, ja, also es ist schwierig, aber ich bin natürlich hyped. Ich werde, ich habe jetzt heute mir zum Beispiel schon eine halbe Stunde und gestern eine halbe Stunde Videos angeguckt von der Ostkurve, so, dann kriegst du einfach Bock. aber es ist natürlich auch ein Stück, wie Korkut sagen würde, ein Stück weit darüber hinweg geschaut, wie wir eigentlich Fußball spielen, weil natürlich, wir haben gegen Hoffenheim super gespielt, aber auch das Spiel hätte ja, wenn wir Pech gehabt hätten, auch in die andere Richtung ausgehen können. Also so ehrlich muss man dann auch sein. Ja, wichtig wird es halt einfach sein, gut in das Spiel rein zu geraten, wenn du halt wie gegen Leverkusen in den ersten zehn Minuten exakt null Sekunden den Ball hast geführt, dann weißt du halt direkt in den ersten zehn Minuten, dass das Team verunsichert ist, dass das Selbstvertrauen fehlt, dann kriegst du halt ganz schön, auch schon wieder das 1 zu 0 reingeschissen, dann stehst du halt dann da mit einer Niederlage. Deswegen, die ersten Minuten werden glaube ich mal sehr, sehr wichtig sein, vor allem jetzt in diesem Derby. Ja, dürfen wir auf jeden Fall nicht verschlafen und ich finde einfach auch, also wir haben es gegen Hoffenheim so krass gut gemacht, was ist daran jetzt das Problem, das gegen Union wieder zu machen? Ich meine, es gab ja einige, die haben als Argument gehabt, gegen Leverkusen kannst du es nicht machen, weil die zu spielstark sind, wenn du da so gepresst hättest wie gegen Hoffenheim, dass sie mit One-Touch-Football zwei, drei Bällen halt hinter die Kette kommen und so weiter. Ja, okay, ich meine, die waren ersatzgeschwächt, ich finde jetzt nicht, dass Hoffenheim eine sehr schlechte Saison spielt, also das Argument ist für mich eigentlich ein bisschen weit hergeholt, weil es hätte bei Hoffenheim genauso passieren können und ist ja auch einmal passiert mit Brun Larsen, aber findest du nicht auch, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt, sag ich mal, so pressen wie gegen Hoffenheim, dann hat doch Union auch keine Chance, also die sind ja jetzt nicht, die spielen jetzt auch keinen Tiki-Taka-Fußball da. Also Union, da wird, denke ich mal, wieder relativ viel auf lange Bälle gesetzt, das hat zumindest im DFB-Pokalderby recht gut geklappt, ich glaube, man kann Union auf jeden Fall besser pressen als Leverkusen, weil Leverkusen konnte sich ganz einfach in Kombinationen irgendwie befreien und dann sind die mal ganz schnell in der Kette und dann steht's ganz schnell wieder 1-0. Deswegen, das wird gegen Union auf jeden Fall einfacher als gegen Leverkusen und wenn man das Pressing gut macht und dann halt auch wirklich jeder auch mal diesen einen zusätzlichen Meter läuft, dann kann's halt wirklich was werden. und du hast ja gesehen, das ist ja auch mega unangenehm, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, Frankfurt hat es mit uns gemacht, ich glaube, Frankfurt hat uns auch so gepresst, gerade Mannschaften, die jetzt nicht, also so krass ballsicher wie Leverkusen zum Beispiel sind, die ja wirklich fantastische Fußballer in den Reihen haben, auch wenn die viele Verletzte hatten, das setzt jede Mannschaft unter Druck, wenn die drei Abwehrspieler, die spielen da mit Dreier- oder Fünferkette, wie du schon gesagt hast, wenn die immer gleich von den vorderen Leuten, ist auch egal, ob das jetzt ein Darida ist oder ein Serdar, das geht halt nur im Verbund, wenn die direkt unter Druck gesetzt werden, dann hat das auch Unionsschwer, wie du schon gesagt hast, dann können die zwar einen langen Ball schlagen, aber wenn wir da unsere Grundabsicherung haben, dann kann uns das auch egal sein. Ja, das glaube ich auch, aber für mich, wir müssen da mit anderen Spielern ein bisschen reingehen als gegen Leverkusen, weil so würde ich nicht nochmal reingehen. Ich würde Jovicic, wie gesagt, einfach super gerne einfach mal wieder sehen bei Hertha. Wir brauchen diesen variablen Offensivspieler, der halt auch einfach mal vorne sich den Ball nimmt und den halt einfach auch mal reinmacht und halt weiß, dass er gefährlich ist. Ich sage jetzt nicht, dass Isak ein schlechter Stürmer ist, aber Isak ist halt eher so der, ich würde es so sagen, der pressende Stürmer, der halt öfters mal ins Lauftür geht und dann halt den Ball verliert. Das hat man, denke ich, ganz gut gesehen. Aber Jovicic, ich weiß nicht, gegen wen es war, der hat ja immerhin schon sechs Tore geschossen in der Saison. Ich weiß nicht ganz, gegen wen es war, aber er ist halt auch wirklich der Spieler, der schießt und dann geht der Ball halt auch rein, weil er halt eben so erfahren ist und der weiß ganz genau, was er machen muss. Er ist schon ein Unterschiedsspieler, er kann halt auch Sachen, das ist ja genau das, was uns auch diese Saison fehlt oder abgeht und was letzte Saison halt so am Start war, dass wir so einen Spieler haben, weil wir eben fußballerisch, sag ich mal, limitiert sind, offensiv, dass man sowas hat wie ein Kunja letztes Jahr, der einfach im Alleingang halt zu einem Tor führt oder ein Tor vorbereitet und das ist Jovicic auch. Aber was ich sagen muss, was mich auch ein bisschen gestört hat bei Jovicic in letzter Zeit ist, der hat auch schon oft so den Kopf hängen lassen, also irgendwie oft abgewunken und so, also das war auch natürlich auch ein anderer Jovicic als zum Beispiel am Anfang der Saison, aber du hast schon recht, er hat natürlich Anlagen, die hat einfach kein anderer und das müssen wir nutzen. Die Frage ist, wo setzt man ihn am besten ein? Dadurch, dass wir halt eigentlich, ich finde ihn am besten in Kombination mit Jovicic im Doppelsturm, dass er so hängende Spitze ist und dann Belfodil der Ableger und er schließt dann ab oder so, aber wir haben halt keine Flügelspieler, deswegen muss er wahrscheinlich auf dem Flügel ausweichen. Ganz kurz, Theo, danke für 100 Bits für die geile Bernie-Konversation auf Insta, danke dir mein Lieber. Ja, was sagst du, wenn er spielen wird, wo wird er spielen und wo würdest du ihn spielen lassen? Also, ich bin mir tatsächlich relativ unsicher, ich würde ihn ganz gerne, ne, 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 das würde ich ihn doch nicht gerne sehen, ich würde ihn ganz gerne einfach wieder im Sturmzentrum sehen, dort hat er ja glaube ich gegen Leverkusen hat er dort in der ersten Saison Hälfte das Tor gemacht, dann natürlich gegen Stuttgart hat geschossen, gegen Bielefeld hat er direkt auch wieder den nächsten Treffer gesetzt im Sturmzentrum, natürlich würde er mir in Kombination mit Belfodil gefallen, aber das ist so unrealistisch, das würde es unter Magath, glaube ich, nicht nochmal in dieser Form geben. Ja, ich würde relativ gerne vielleicht ihn auch auf der ZOM-Position sehen und dann Belfodil vor ihm, aber ich glaube nicht, dass Magath auf eine enge Raute setzt, deswegen, ja, bleibt für mich nur das Sturmzentrum übrig, wo man ihn einsetzen kann. Glaubst du nicht, dass er vielleicht linker Flügel spielt? Weil ich meine, wir haben ja, wenn Darida linker Flügel letztes Mal gespielt hat, nominell, dann sagt das ja eigentlich alles. Ja, er hat gegen, ich glaube, das war das erste Spiel gegen Köln, da hat er mal linker Flügel gespielt, aber für mich ist das einfach, glaube ich, kein Flügelspieler, muss ich so sagen. Gehört für mich eigentlich ins Zentrum, aber... Er hat halt nicht das Tempo auch. Ja, 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 war relativ schwierig einzuschätzen. Es gab, ja, wie gesagt, auf den Flügeln, was der Kader hebt. Ja, wen willst du da auch aufstellen, ja? Also, wen willst du da auch aufstellen? Das ist wirklich die Frage. Mao Lida im Derby, also, kannst du eigentlich auch nicht machen. Nee, das kannst du nicht machen. Anton Kade. Ich glaube, Anton Kade wird nicht mal im Kader sein, aber den hätte ich, ja, aber der wird, ja, der wurde uns angepriesen, ja, wir brauchen keine Neuzugänge, wir haben Anton Kade, ja. Lee ist jetzt wieder verletzt, also, es ist wirklich, es ist wirklich gruselig. Ein Sona wusste man vorher, ich weiß gar nicht, warum man den als Neuzugang zählt, ist der wahrscheinlich, wenn dann überhaupt drei, vier Spiele machen kann, rein von der Fitness. Und ich sag dir ehrlich, ich will es nicht beschreien, aber ein Sona wird wieder der nächste Mao Lida werden. Alle werden dem wieder sagen, ja, der wird jetzt der nächste, aber der wird wahrscheinlich wieder, der kommt aus der zweiten französischen Liga, was soll denn das werden? Also, ich frage mich immer noch, Dong Jong Lee, ich hatte ein bisschen Hoffnung, ich hatte bei dem Transfer wenigstens ein bisschen Hoffnung, aber das, was dann passiert ist, also, das habe ich noch nie erlebt, ich war noch nie so enttäuscht, also das war ja wirklich der Wahnsinn, was er gespielt hat, das war ja, das war ja, das war ja nicht mehr Drittliga-tauglich, das war ja wirklich eine Katastrophe, da hättest du auch jeden anderen stehen können. Also, da war auch Martin Winkler oder Anton Kade definitiv nicht schlechter. Ja, und dementsprechend war er auch gegen Leverkusen nicht mehr im Kader, das war ja, das war ja wirklich. Kannst du auch vergessen, so einen Typen kannst du auch nicht im Derby aufstellen. Was willst du so einen Typen im Derby aufstellen? Rico, mein Lieber, danke für deinen Twitch-Sprams-Up, dritter Monat am Start, danke dir, mein Lieber. Ja, es ist wirklich schwierig, also, ich weiß auch nicht, es gibt ja auch Vereine, zum Beispiel wie Mainz und so, die haben halt ein Spielsystem, da gibt es zwar diesen Wittmer und so als Schienenposition, aber die haben auch jetzt nicht so die Mega-Flügelspieler und die spielen viel durch die Mitte, aber dafür ist dann unsere Mitte auch wieder nicht offensiv gut genug, also, wenn du keine Flügelspieler hast, dann brauchst du halt in der Mitte, als Beispiel jetzt so einen Typen wie Kunja oder, keine Ahnung, irgendeinen, der dann im Alleingang da was machen kann oder die einen schönen Pass nach vorne spielen, aber wenn du dann halt mit Toussaint, Darida und Ascassibar drei defensiv orientierte zentrale Mittelfeldspieler hast und keiner guten Außen, das ist natürlich eigentlich die Todeskombination, also, wie will man so ein Tor schießen? Ja, das ist halt wirklich so, Mainz hat ja wenigstens noch, wie heißt er, Boetius und hier, auch noch ein anderer Lee, der heißt auch Lee, da sind ja wenigstens so zwei offensiv orientierte Mittelfeldspieler dabei, aber bei uns, das ist ja wirklich, ich hab's ja unter der Typen, als Typen Korkut im letzten Derby, Toussaint Ascassibar aufgestellt, da hab ich ja eigentlich schon wieder, ja, direkt kritisiert, was das soll, jetzt unter Margaret gegen Hoffenheim hat's geklappt, unter Leverkusen dann nicht mehr, beide zusammen klappen, wirklich nur phasenweise, und dann ist es halt eben auch so, dass einer von den Bayern, ja, ich sag mal so, die Räume offen lässt, dass es irgendwie, dass Toussaint da auf einmal neben den Strafraum auftaucht, der hat doch keine Offensivqualitäten, nicht mal ein bisschen, ach, das ist... Ja, wobei Toussaint teilweise sogar noch, also, was Bälle nach vorne geht, also, ich hab schon mal ein, zwei Gute von ihm gesehen, das ist noch eher einer als Santi, und bei Darida, wie du schon mal gesagt hast, vorhin, als wir offline waren, da ist es halt einfach so, natürlich ist der immer einer der besten Scorer, weil er einfach immer spielt in der Offensive, wenn ich immer spiele, na, dann bin ich auch der beste Scorer nun mal, aber da kann mir doch keiner erzählen, dass der das Maximum rausholt, alleine, äh, alleine im letzten Spiel, ein richtig guter, weiß nicht, was der da gespielt hat, Zehner oder Außen oder Flügel, der hatte eigentlich drei riesen Chancen, und hat daraus ein Tor gemacht, also, das ist einfach, klar kann man, man kann's positiv sehen und sagen, ja, ein Tor hat er gemacht, aber ich würd's eher so sehen, eigentlich hätte er mindestens zwei machen müssen. Ja, beim letztes Spiel Darida, das waren für mich größtenteils auch nur Zuwärtsprodukte, das war jetzt nicht, weil Darida die Riesenqualität jetzt aufweist, sondern war einfach, ja, ich denke auch, andere Leute hätten diese Chancen reingemacht, aber Darida ist halt, jeder setzt auf ihn, und ich seh jedem Spiel, dass er kein, also, dass er einfach nicht mehr gut genug ist für Hertha, er war, als er von Freiburg zu uns gewählt ist, da konnte ich noch verstehen, warum man sehr viel auf ihn gesetzt hat, aber jetzt ... Ja, und das Tempo wird nicht schneller, im Gegenteil, der wird gefühlt immer langsamer, der hat immer diesen Defensivdrang, und vor allem hat er auch einfach nicht diesen, ich kann es nicht beschreiben, aber dieser letzte Pass, entweder braucht er zu lange, oder der wird, der kommt einfach nicht, und dann sagt man, ja, schade oder so, aber es gab, ich weiß nicht, ob du dich an die Situation erinnerst, es gab eine Situation gegen Leverkusen, da hatten wir eine Umschaltsituation, ich glaub, ein oder zwei Stürmer standen vorne gegen zwei Leverkusener Innenverteidiger und Darida mit dem Ball, er hatte jetzt zwei Optionen, er hätte dribbeln können und abschießen können oder einfach mal einen guten Pass spielen können, er hat völlig überhastet einfach in die Beine vom Leverkusener gespielt, und das sind immer Situationen, wo andere Teams halt ein Tor draus machen. Ja, man muss dazu auch sagen, wir können ein Konter fahren, das Erste, was Darida macht, ist den Ball zu rutschieben, also für mich, das ist ... Wie soll man denn ein halbwegs offensives System haben, wenn der einzig, vielleicht auch mit minimalen Offensivqualitäten, den Ball ständig nach hinten schießt, er hat den Ball und geht dann direkt mit dem Rücken zum eigenen Tor, also das ist für mich ... Es war ein letztes Spiel wieder sehr gut zu betrachten, jeder Ball von Darida, der geht in Richtung Alexander Schwodow, wobei neben Marcel Lodga war es ja gegen Leverkusen, also das war für mich ... Was sagst du, lass mal jetzt so ein paar positive Vibes rausholen, was sagst du zu Lodga, wie findest du den? Lodga? Ich find's schade, dass er wieder wechselt, das muss ich sagen, aber er war wirklich, natürlich wirkt es bis jetzt sehr unglücklich in vier Spielen, elf Gegentore zu haben, aber er war halt einer der einzigen, er hat mehr Paraden gemacht als Alexander Schwodow für den ganzen ... Und man muss halt eben sagen, er hat mit irgendwie eine andere Ausstellung gehabt, er pfeift die eigenen Mitspieler nach vorne, er kämpft auch wirklich mal, das sieht man, und ich muss auch sagen, sein Abschlag gefällt mir sehr gut, er landet meistens auch immer bei den eigenen Spielern. Ja, das stimmt, also ich finde auch, erstmal, fußballerisch ist Schwodow ja auch eine Katastrophe, also finde ich auch, sehe ich auch so, und ich würde das gerne mal sehen, wenn so ein Lodga, der ist ja erst 20, was der halt, wenn er vier Jahre irgendwie Profiliga spielt, was er dann für Abschläge macht, und was ich auch sagen muss, überleg dir das mal, der ist 20, und ist eigentlich fünfter Torwart, und schreit da irgendwie ein Kapitän von der ersten Mannschaft an, das ist eigentlich die Mentalität, die uns fehlt, das sehe ich auch absolut genauso, und es ist schade, dass er geht, ich habe auch so gehört, dass er schon mega viele Angebote von Zweitligisten jetzt bekommen hat, aber er hat halt schon bei Dortmund jetzt unterschrieben, und das war ja nicht, weil er nicht bei Hertha bleiben wollte, im Gegenteil, sondern weil die ihn einfach nicht verlängert haben. Wen würdest du, es ist voll schwer, jetzt die Saison zu sagen, weil eigentlich gefühlt durchgehend, wirklich, ich glaube, durchgehend ist kein Spieler bei uns gut, oder? Wen würdest du so als besten Spieler der Saison, kann man gar nicht sagen, oder? Würdest du irgendeinen als besten Spieler sehen? Boah, naja, Jovicic, aber er war ja auch nur phasenweise, zu Duat Selda war auch nur die ersten paar Spiele, ja, dann sind wir halt da, Mittelstädt, vielleicht ein bisschen, der hat mir anfangs, vor allem unter Teil von Kogut hat er mir recht gut gefallen, ja, das stimmt, aber ansonsten, niemanden, Marco Richter vielleicht, aber, ist ja auch, also nee, eigentlich auch nicht, ne, das ist, also, es gibt keinen, wo ich sage, der hat durchgehend gut gespielt, ja, muss man sagen, es gibt auch für mich eigentlich auch keinen, der hier ständig eigentlich mal spielen darf, niemanden sollte man eigentlich jetzt hier so einen sicheren Starteinsatz zuschreiben, das muss man halt echt noch sagen. Ne, das ist eigentlich echt traurig, aber, ja, wen, wen magst du so bei Hertha, also wen findest du wirklich so coole Spieler, also bei mir ist es immer so, ich habe automatisch mehr Sympathien, wenn die so aus der Hertha-Jugend kommen, das muss ich auch sagen, deswegen auch so zum Beispiel Mitty oder Jordan, die können meinetwegen auch schlechter Spiel oder gleich gut spielen wie ein Kampf, ich finde sie dann trotzdem besser, weil ich dann lieber mit denen spiele, erst mal, weil die sowieso viel weniger an Gehalt kosten und zweitens, weil ich bei denen weiß, die geben wenigstens alles und die wollen, also die mögen selber Hertha, denen ist Hertha wichtig und nicht nur der Gehaltscheck und deswegen sind bei mir immer so, natürlich, Gächter, Mitty, auch wenn Mitty regt mich auch ab und, also der regt mich auch teilweise richtig auf, aber ich mag ihn halt trotzdem, ich mag auch den Marton, ich mag den Jordan, Santi mag ich zum Beispiel auch, alleine dafür, dass er wenigstens Einnehmer ist, der wirklich, wie du sagst, dazwischen geht und seine Meinung sagt, aber sonst wird es bei mir, ich finde auch ein Suat Serdar ist ein guter Fußballer, aber der lässt mir auch zu sehr den Kopf hängen, Jovetic ist ein super Fußballer, aber, ja, LKW finde ich noch ganz gut, wen magst du? Ich muss sagen, ich muss grundsätzlich sagen, ich bin, ich mag sowieso alle Hertha-Spieler, weil die einfach bei uns im Verein sind und deswegen, das ist schon mal richtig, ja, deswegen, auch wenn ich hier Mauli da, ich möchte nicht sagen, beleidige, aber ab und zu mal wirklich angreife, dafür, dass er echt scheiße spielt, muss ich sagen, wenn das Spiel vorbei ist, mag ich ihn dann auch wieder plötzlich, wenn ich auch sagen würde, ich würde mich, Lieblingsspieler Marton oder Lino ist einer von den beiden, Jungen, 20 und 18 Jahre, einer von den beiden ist es, ich hoffe auch, dass die unsere zukünftige Innenverteidigung sind, weil das sind wirklich Leute, in denen hat man wirklich das Potenzial gesehen. Aber ich glaube eben nicht, weil wir ja Kämpfe leider geholt haben und Boyata wieder verlängert haben, ich bin auch mal gespannt, was mit den ganzen Leihspielern passiert, wen würdest du denn von den Leihspielern gerne wieder bei uns zurückhaben und was glaubst du, wer so geht, also da zeichnet sich ja mittlerweile schon eine krasse Tendenz eigentlich ab, wen hättest du denn gerne wieder da? Ja, Jaun natürlich, einfach nur wegen Jaun, Chavairo de Roson, um wenigstens einen Flügelspieler zu haben. Ja, der hätte uns jetzt zum Beispiel in so einer Situation, auch wenn er nicht immer gut gespielt hat, aber der hätte uns doch morgen geholfen. Ja, auf jeden Fall, ja Piontek, den soll man ruhig verkaufen, das wäre mir lieber, um wenigstens ein bisschen Geld zu haben. Ja, mit Luki Bakio hat man ja kompletten Schuss in den Ofen gelandet, also in Wolfsburg absolut keine Rolle mehr, also unverständlich für mich. Ja, ein Gang kam natürlich, wobei ich sagen würde, in Fürth hat er sehr viel Pech gehabt, dass er sich direkt nach zwei Tagen einen Kreuzmann-Trust zugezogen hat, das war super viel Pech. Ja, dann natürlich in gewissen Form sehfühlig, um wenigstens einen Rechtsverteidiger zu haben, wenn dann Pegarek irgendwann seine Karriere beendet und Klünter dann dementsprechend wechselt, aber ja, ansonsten Alte Räte verkauft man, glaube, da bin ich mir recht sicher, das sollte ja schon so gut wie fix sein. Löwen, der wird ja glaube ich noch ein Jahr länger in Bochum bleiben, aber den wollen wir auch nicht zurückholen. Also würdest du Löwen zurückholen? Nee, würde ich eigentlich nicht. Was sagst du zu Arne Meier? Arne Meier, ich bin mir relativ sicher, dass er nicht nochmal zurückkommt, aber Arne Meier, wir haben, ich möchte nicht, unser Mittelfeld ist halt schon sehr, sehr, ich sage, nicht gut besetzt, aber es ist überbesetzt, wenn er wieder zurückkommt, muss man sagen. Ich finde aber genau so einen Spielertypen, wenn er so wieder performen würde, wie 2018, 19, dann würde ich ihn gerne zurückhaben, aber wenn er halt, ja, ich sage mal, momentan wirklich, ja, so, so lala, so ein Spieler wirklich auf Augsburg-Niveau ist, der perfekt in die Augsburger Mannschaft reinbeißt, er hat auch nicht zurück. Ich hoffe, dass wir halt wenigstens ein bisschen Geld für ihn kriegen. Ich bin mir halt aber auch relativ sicher, dass er nicht mehr auf die Leistung zurückkommt, auf die Leistung zurückgreifen kann, weil man muss ja sagen, er hat, keine Ahnung, war doch mal bestimmt über 20 Millionen Euro wert, und da wollte er bestimmt auch mal Barcelona ihn haben. Jetzt rückblickend würde ich sagen, das wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen, um ihn zu verkaufen, aber jetzt, er ist jetzt mittlerweile, ist er schon 24? Ne, ich glaube, der ist noch 23. Zumindest jetzt würde ich ihn nicht mehr zurückholen. Und ich glaube auch, dass Augsburg eine Kaufflicht hat. Ja, die haben eine Kaufflicht, die ist aber schon verstrichen, weil er müsste 25 Startelf-Einsätze haben, die kann er nicht mehr bekommen, aufgrund seiner Verletzung, aber die haben gleichzeitig auch noch eine Kaufoption, keine Kaufflicht, sondern eine Kaufoption, ihn für 5 Millionen zu kaufen, wenn sie nicht absteigen. Also das wird nochmal interessant werden, aber ich sehe es auch wie du, er ist jetzt nicht schlecht, er ist sogar relativ gut, er hat glaube ich 4 Scorer-Punkte und ein Tor bei Augsburg, schießt auch viele Standards, aber ich glaube, der würde trotzdem bei uns nicht also allzu positiv auffallen, weil wie du schon gesagt hast, wir haben so viele zentrale Mittelfeldspieler, also ich glaube, das ist unser geringstes Problem. Er ist ja auch kein Offensiver, er ist ja kein Zehner oder so, wenn er jetzt Zehner wäre, würde ich sagen, ja okay, aber dadurch, dass er ja eigentlich, er begleitet die gleiche Position wie Darida, wie Toussard, wie Santi und vielleicht sogar mit Abstrichen wie Kellenkamp, der wäre vielleicht noch der offensivste von den allen oder Suat Serdar, also ich glaube auch, dass wir da am wenigsten Bedarf haben, aber weißt du, wo wir richtig Bedarf haben? Ist im Sturm eigentlich, weil wir wissen jetzt nicht, was passiert mit, wir haben eigentlich nur Jovitic und Belfodil, Belfodil weiß man nicht, ist der Vertrag jetzt mit Optionen um ein Jahr verlängert oder nicht, das weiß keiner, könnte sein, dass er geht, Jovitic kannst du eigentlich gar nicht, also kannst du als Ergänzungsspieler nehmen, aber nicht als Vollwertigen, weil der immer verletzt ist und Selke brauchst du sowieso nicht planen, also eigentlich müssen wir im Sturmzentrum zusätzlich zu den Außen und Rechtsvater, ey, wir brauchen so viele Positionen. Es ist ja also, man muss ja dazu sagen, man hat im Winter einen Stürmer abgegeben, man wollte unbedingt einen neuen verpflichten und dann tut man es nicht. Und jetzt stehen wir halt wirklich da, jetzt stehen wir halt wirklich da, haben kaum Offensivspieler und dann wundert man sich, dass man so spielt wie gegen Leverkusen. Also, für mich... Ich merke, du eschofierst dich darüber. Wir sind 17. Platz nach 28 Spieltagen, wir haben es verdient eigentlich abzusteigen, auch wenn ich natürlich das nicht hoffe. Ja, klar. Also, ich muss auch sagen, wenn ich jetzt Außenstehender wäre, also vom Traditionsaspekt nicht, aber wenn ich Außenstehender wäre, würde ich sagen, Alter, die haben 375 Millionen verbraten, die hätten letztes Jahr schon absteigen müssen, jetzt ist es wirklich, jetzt haben sie es sich verdient. Ja. Wir haben ja wirklich, also im Sturm, Dong Jong-Di hat man ja so wenigstens so gedacht, dass er Stürmer sein kann, aber so, es tut mir leid, also ich kann darüber nur lachen, wir haben keinen Offensivspieler, der wirklich konstant gute Leistungen bringt. Niemanden. Niemanden. Ich schaue hier gerade nochmal... Also, niemand. Wie traurig ist das eigentlich, dass unser bester Torschütze 6 Tore hat? Also, was ist das denn? Das war ja schon in der letzten Saison schlimm, aber diesmal ist es noch schlimmer. Und ich muss sagen, wir hatten Kunja, wir hatten Kauraba, wir hatten Lükebakio. Und jetzt. Jontek. Wir haben alle, alle, die wenigstens ein paar Scorer-Punkte gesammelt haben, haben wir alle abgegeben und keinen Ersatz geholt. Ich weiß gar nicht, Maulida, was hat der? Ein Tor? Ich weiß nicht, hast du die Statistiken gerade offen? Ein Tor, keine Vorlage? Keine Ahnung. Ein Tor, eine Vorlage, eine Vorlage gegen Dortmund und ein Tor, es war direkt das Debütspiel gegen VfL Buch, wo ich gesagt habe, könnte dort noch was werden. Aber dann wurde ich natürlich wieder enttäuscht. Und Selke, Selke hat zwei Tore, kein Assist wahrscheinlich. Ich meine, selbst ein Belfodier, der gefällt mir eigentlich gut. Der Ball kommt, der kann gut Bälle abschirmen, aber wenn man jetzt mal nach den Statistiken geht, zwei Tore und zwei Vorlagen, ist natürlich auch nicht so dolle. Ja, Belfodier gefällt einem auch nur gut, weil keine Alternativen da sind. Und weil er es wirklich an sich recht gut macht. Er hat im Doppelsturm richtig gut gefallen, aber wenn er da vorne alleine steht, hängt er meist auf der Luft. Das muss man ja sagen. Und wenn er dann nur Unterstützung von einem Darida und einem komplett in Form tief geraten, in Suat Serdar kriegt, dann wird das halt nichts. Dann kannst du da auch nichts erwarten. Nee. Was hast du gerade, hast du gerade die Statistiken offen? Was hat Richter für, was hat der für Assists? Der hat sechs Tore, glaube ich. Oder fünf? Ja, Richter hat fünf Tore und ein Assist. Auch diese Assist-Zahlen sind, es gibt keinen bei uns, wo man sagt, boah, das ist ein richtig guter Vorbereiter. Gibt's auch nicht, ne? Nee, gibt's nicht. Das ist meistens Zufallsprodukte irgendwie. Wie viele Assists hat Darida? Warte, Darida hat exakt fünf. Damit ist er wahrscheinlich der beste Vorlagengeber bei uns im Kader. Danach kommt Mitte Städt. Was? Wie viel hat der? Drei? Vier. Vier schon, okay. Ja, es ist wirklich, es ist wirklich, es ist wirklich schwierig. Du hast mir ja vorhin schon gesagt, du glaubst eigentlich gar nicht mehr so richtig an den Nicht-Abstiegsplatz, also Platz 15 oder 14, sondern denkst eher maximal an Relegation. Ja, ich muss dazu sagen, es kommt ja ganz drauf an, wie die nächsten beiden Spieltage verlaufen. Wenn die Union gewonnen hat und wenn die dann glaube ich schon noch dran, aber wenn ich halt wieder die Leistung wie gegen Leverkusen sehe und wenn ich denn dazu noch eine Derby-Niederlage sehe und wenn dann das Derby verloren wird, das Selbstvertrauen komplett im Boden ist und dann auch in gewisser Form die Unterstützung fehlt und es gibt ja nicht nochmal so einen jetzt erst Rechteffekt, daran glaube ich in dieser Saison nicht. Letzte Saison, als Hertha in die Quarantäne gekommen ist, ich wusste irgendwie, dass Hertha diesen Klassenerhalt schafft, aber daran, also diese Saison, daran glaube ich einfach nicht mehr diese Saison. Was könnte, ist ja auch mega spannend in der zweiten Liga, was glaubst du, wer in der zweiten Liga aufsteigt und wer dann Platz 3 bekleiden könnte, das ist ja mega eng, also es gibt ja keinen, der in der zweiten Liga irgendwie, sag ich mal, mit Abstand vorne ist oder so. Verfolgst du die zweite Liga ein bisschen? Ja, zwei Liga ab und zu ist ja natürlich interessant, da sind ja auch wenigstens ein paar gute Vereine dabei, die ich auch wirklich gerne wieder in der Bundesliga sehen will. Ich hoffe natürlich irgendwie, dass ein Relegationsgegner, mal angenommen Hertha kommt in die Relegation, ich finde ein guter Gegner wäre dort vielleicht, ja, ich würde sagen Darmstadt, weil die halt wirklich von der Qualität her in dieser Saison recht viel Glück gehabt hatten, muss ich schon eben sagen und ja, ich hoffe nicht auf Schalke, das wird, Schalke, also es könnte ein Desaster werden wie gegen Düsseldorf, ja, an Bremen glaube ich auch nicht, die werden locker Meister, also locker. Also die werden Meister, glaube ich auch, also ich glaube auch, dass die direkt aufsteigen zumindest. Ja. Ja, also, ja, ich sehe es auch ähnlich wie du, also ich würde auch ungern gegen Schalke oder Bremen spielen, also selbst an Pauli, also ich, ich würde bei keinem der Gegner sagen, bin ich mir sicher, dass Hertha da weiterkommt oder nicht absteigt, würde ich bei keinem sagen. Ja. Ganz kurz, BSC Ronny, danke dir mal lieber für deinen T1-Sup, dritter Monat am Start, komme nicht aus der Abo-Falle, so ist das halt hier. Ja, also, also Relegation, ich weiß nicht, hast du, ich meine, da warst du ja anscheinend noch erst nur Hertha Sympathisant, aber wie hast du die Relegation damals gegen Düsseldorf mitbekommen? Ja, das, ich war halt nur so Sympathisant auf der Ebene, da ich ja gesagt habe, ja, ist halt so, ist halt so, so noch nicht so, wo ich jetzt so wirklich Schmerzen hatte oder halt wirklich gesagt habe, ja, das ist absoluter Mist, da war ich, ich glaube, da war ich 2012, da war ich neun, sobald ich mich nicht ganz irre und deswegen, das habe ich gar nicht so wahnsinnig mitgenommen, ja, ist halt so, ist doof, aber muss man mit leben und mit neun, da hatte ich andere Probleme. da hat man ganz andere Probleme, da hat man gar keine Probleme, aber ich habe das live, also ich war damals auch in Düsseldorf und ich muss wirklich sagen, das war so einer der schlimmsten, also hört sich jetzt so übertrieben an, das ist nur Fußball, da denken wieder andere Leute, ey, das ist völlig unwichtig, aber das war so gefühlt einer der schlimmsten Tage in meinem ganzen Leben, wirklich, das war so deprimierend für mich damals und ich war auch relativ jung noch, hab da mein ganzes Geld zusammen gespart, um dann Düsseldorf auswärtsfahrt zu machen und da auch zu übernachten, weil ich dachte, danach kann man da ein bisschen die Stadt unsicher machen, also haben wir dann auch gemacht, aber ja, halt eher deprimiert als alles andere, also das brauche ich wirklich nochmal. Kesti ist auch gerade im Chat, grüßt mal alle Kesti hier, der alte, der sympathisch, der einzige sympathische Schalke-Fan, will ich fast sagen, oder ist er überhaupt so sympathisch, auf jeden Fall hat er eine schöne Frisur, Hertha will ich auch nicht haben, in der Relegation schreibt er gerade, ja, also Schalke, also wenn ich mir die Schalke-Spiele angeguckt habe, muss ich aber auch sagen, also ich würde die jetzt auch nicht overraten, am Endeffekt ist Schalke im Moment wahrscheinlich auch nicht auf einem höheren Level als Augsburg oder Bielefeld, die man ja auch schlagen könnte, aber gerade, hey, Hertha, Hertha in einem Do-or-Die-Spiel oder in zwei Do-or-Die-Spielen, in den entscheidenden Spielen Hertha immer katastrophal, schon geschichtlich gesehen, außer, wie du es gerade beschrieben hast, letztes Jahr, aber da war irgendwie auch dieser Dardai-Effekt, Dardai war ja immer schon einer, der irgendwie jetzt keinen schönen Fußball gespielt hat, aber diese wichtigen Spiele, die konnte er irgendwie gewinnen. Ja, man muss dazu halt eben auch sagen, Schalke in der Weddys-Arena und da ist noch das zweite Spiel, das ist ein Hexenkessel, würde ich sagen, da kannst du ja natürlich nicht weiterkommen. Vor allem dann mit unserer Mannschaft, die sich eigentlich direkt in die Hose schweißt, sobald etwas schief geht, also das wird nichts. Ja, aber was sagst du, weißt du das zufällig, sonst würde ich mal den Chat fragen, ist es denn, ist es denn jetzt so, dass in der Relegation es auch nicht mehr die Auswärtstorregel gibt? Ähm, also in der Europa League und Champions League gibt es die nicht mehr, aber in der Relegation auch. Ich glaube, das ist unabhängig voneinander. Aber das ist ja auch nochmal entscheidend, ja, also muss man, muss man wirklich, also muss man, der, der Bundesligist hat immer zuerst Heimspiel, oder? Ja, glaube ich. Von daher muss man dann auch nochmal gucken, aber ich will mich damit gar nicht beschäftigen, ich, ich will einfach gar nicht auf Platz 16 bleiben. Also der Chat schreibt rein, ähm, ist weg, also gibt keine, keine, ja gut, dann hat auch der, weil vorher war es ja so, der Absteiger hatte quasi den Vorteil, dass, äh, äh, der, der Zweitligist hatte den Vorteil, dass er das zweite Spiel zu Hause erst hatte, aber dann gibt es ja jetzt in dem Sinne da keinen Vorteil mehr. Aber wie du schon sagst, in diesem Hexenkessel auf Schalke dann, äh, das Rückspiel, also das brauche ich auch nicht. Nee. So, keine Ahnung, gegen Darmstadt oder so wäre es, glaube ich, deutlich angenehm. Da, vor allem Darmstadt, es wäre mir einfach so der liebste Gegner in der Relegation, wobei ich natürlich hoffe, dass wir irgendwie Fünfzehnter oder Vierzehnter werden. Das ist ja auch alles möglich, bei einem Saisonentspruch, wir spielen ja gegen Augsburg, wir stehen gegen Stuttgart, und wenn wir das halbwegs so machen, wie in der Hinrunde, und halbwegs wenigstens dort ein bisschen Leistung zeigen, dann kann es ja wieder was werden, dann stehen wir hier am Ende der Saison und dachen zusammen, also von daher, das kann sich auch noch komplett in die andere Richtung bewegen. Ja, am Ende ist es natürlich so, wenn du jetzt, sage ich mal, selbst wenn wir morgen nur unentschieden spielen sollten und du gewinnst diese drei direkten Duelle, die viel, viel wichtiger, also die drei direkten Duelle sind ja wichtiger, als wenn ich jetzt gegen Mainz, Dortmund und Union gewinnen würde. Und eigentlicher, würde ich sagen, auch einfacher. Dann hätte man neun Punkte aus drei direkten Duellen, aber das Problem ist halt einfach, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Hertha drei Spiele in Folge gewinnt. Also ich kann mir das einfach in dieser Saison, bei diesen Leistungen, die ich gesehen habe, ich würde es ja gerne glauben, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Und deswegen ist es ja morgen umso wichtiger. Ja, es geht einfach darum, auch jeden Zusatzpunkt mitzunehmen und morgen kann man direkt mal damit anfangen. In Hoffenheim hat man es direkt schön vorgemacht. Es ist möglich gegen Union, es ist ein Heimspiel und ich glaube, da wird die Mannschaft auch wirklich mal nochmal alles geben. Die wissen ganz genau, dass sie den Fans etwas zurückschalten müssen nach den zwei Derby-Niederlagen. Und ich glaube, das kann morgen wirklich, ja grundlegend echt besser sein als die letzten beiden Derbys. Und ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch sehr. Und diese, also alleine diese größte Frechheit war ja das letzte Derby im DFB-Pokal, wo wir dann noch groß Ansagen geschwungen haben. Wir kommen da mit einem Messer zwischen den Zähnen und dann kommt da so ein blutleerer Auftritt. Also das war ja einfach nur peinlich. Ja, das war glaube ich das Spiel der Saison, was mir am meisten weh getan hat. Weil ich hatte auch wirklich davor jedem gesagt, wie wichtig dieses Spiel ist und dass damit alles wieder gut gemacht werden könnte, wenn man dieses eine Spiel gewinnt. Und dann steht man halt wirklich da und spielt die größte Katastrophe zusammen. Aber da hat man auch direkt bei der Aufstellung gesehen, dass das nichts werden kann. Und das war ja auch genau wieder das, was uns stört als Hertha-Fans, diese Art und Weise. Diese Art und Weise, das ist ja auch das, warum ich bei Stuttgart, die liegen jetzt ein Glück 1-0 hinten, aber von Anfang an gesagt habe, als die 17. da waren und Rückstand hatten mit Punkten und 19 Punkte hatten, habe ich von Anfang an gesagt, ja, aber die werden es rausschaffen, weil die haben eine ganz andere Leistung an den Tag gelegt. Die haben um jeden Punkt gekämpft. Die hatten halt Pech und so weiter. Aber alleine, also das war eine, also sorry, aber das war wirklich eine absolute Frechheit, wie wir im Derby gespielt haben. Derby, DFB-Pokal, okay, es waren keine Zuschauer da oder nur 5.000 oder so. Aber das war, also da habe ich nicht gemerkt, dass jeder Spieler wusste, worum es in so einem Spiel geht. Habe ich nicht gemerkt. Ja, man muss sagen, morgen, ich denke mal, da werden ja mindestens 50 bis 55.000 Hertha-Fans sitzen. Und wenn halt allein schon wieder diese Hymne durch ein volles Olympus-Stadion klingt, dann wissen doch die Spieler langsam mal ganz genau, worum es geht. Und dass dieser Verein nicht nur dieses Riesenstadion hat, aber keine Leute drin sind. Da wissen doch mal die einzelnen Spieler, wie groß und traditionsreich dieser Verein ist. Weil ich habe das Gefühl, das wissen die einfach nicht, dass Hertha eigentlich doch ein Riesenverein ist, den man da hinter sich hat. Ja, manche wissen, die können es ja auch nicht wissen, weil die erst seit zwei Jahren da spielen. Die müssen einfach mal sehen, dieser Verein darf nicht absteigen. Ey, da sind, wie du schon sagst, 55.000 morgen und wir werden es wieder sehen. Allein die Ostkurve 7.500, einige vom Oberring und von den Seitenblöcken, da werden bei einer Hüpfaktion 15.000 Leute mitmachen. Sondern ich will einfach, dass die sich den Arsch aufreißen. Und wenn die nur unentschieden spielen, dann will ich aber wirklich sehen, dass die Trikots komplett verschmiert sind und zerrissen und dass alle irgendwelche Hämatome haben. Also das muss, die müssen jetzt auch mal den Kampf annehmen. Und das ist für mich auch kein Kampf, zu sagen, ja, ich bin 120 Kilometer gerannt, wenn ich immer nur hinterher renne. Sondern da muss ich auch mal in einen Zweikampf reingehen. Weil zum Beispiel viele haben ja, das heißt, was ja an sich auch positiv ist, gegen Leverkusen sind wir über 120 Kilometer gelaufen. Ich glaube, das war die beste Laufleistung der Saison. Aber das sagt halt auch nichts aus, wenn du die ganze Zeit nur hinterher rennst und in keine Zweikämpfe reinkommst. Ja, man muss dazu halt eben auch sagen, das Derby gegen Union, es wird eben noch mal eine andere Mentalität bei den Spielen hervorrufen. Da bin ich mir eigentlich schon recht sicher. Aber die Frage ist halt bloß, hat man denn wirklich diese Ausstellungskraft von der Offensive her, das auch wirklich umzusetzen? Oder ist es halt wirklich, Hertha kann es nicht. Darum geht es halt. Und ich hoffe, dass die es können morgen. Aber kämpfen kann ja jeder. Ja, also bei Kämpfen gibt es ja, da gibt es ja auch gar keine Ausrede für mich. Also ich kann ja nicht sagen, ich kann nicht kämpfen. Das ist für mich absoluter Schwachsinn. Jetzt muss ich mich hier erstmal bedanken, mein Lieber. Sorry, dass ich unterbrechen muss. Aber hier kommt gerade eine Donation nach der anderen rein und wurde erstmal ein Hype-Train gestartet, weil der andere Mario 1000 Bits da gelassen hat. Prost erstmal, mein Lieber. Ein Toast auf dich, als Western-Sandwich-Maker. Ich hoffe, du bist morgen im Stadion. Genauso wie NJWestside. Danke für drei Monate Twitch-Prime-Sub. Und Lindemann, mein Lieber, danke für 300 Bits. Hype-Train ist am Start. Danke für euren krassen Support. Ja, glaube ich auch. Glaube ich auch tatsächlich. Also ich kann es ja jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Den Hertha-Spieler, mit dem ich so ein bisschen Kontakt habe, den habe ich auch bei WhatsApp noch mal allen so ein paar Hertha-Ultra-Videos geschickt, damit die wissen, was morgen da auf die zukommt, weil die es ja teilweise nicht kennen. und habe denen einfach mal gesagt, ey, macht euch auf was gefasst, zerreißt euch den Arsch. Es geht wirklich hier um alles und nehmt diese Atmosphäre nicht als, wie sagt man mal so, nicht als Bürde, sondern als was Positives mit. Also wir müssen morgen alle, die jetzt hier im Chat sind, wir müssen morgen auch unterstützen, wenn es nicht gut läuft. Wir dürfen nicht dann alle anfangen, also bitte bloß nicht pfeifen, egal wie es aussieht zur Halbzeit. Okay, wenn wir 5-0 hinten liegen, dann schon, aber wir müssen morgen 90 Minuten alles geben als Fans auch. Ja, ich sitze zwar jetzt irgendwo, irgendwo, irgendwo ganz abgelegen, wahrscheinlich zwischen Union wird es am besten, auch wenn es schlecht läuft. Ja, Mepi, also wenn du nicht mit einem blauen Auge nach Hause gehst, dann hast du nicht alles gegeben. Aber ich werde auf jeden Fall natürlich auch einen gewissen Unterstützung geben und natürlich auch singen. Aber das ist ja krass, wenn du morgen auch im Stadion bist, dann gibt es tatsächlich morgen keinen, der härter das Spiel streamen, ne? Nö, das, bei so einem wichtigen Spiel, ich glaube, es gibt ja zum Beispiel Sportshow, streamt das ja auch, also da gibt es genug Alternativen. Ja, Real Nico zum Beispiel, da könnt ihr mal vorbeischauen. Ich habe übrigens noch vergessen zu sagen, was der liebe Mario reingeschrieben hat. Er meinte, wir hauen die Unioner morgen weg. Das hoffe ich natürlich auch sehr. Jan, danke für nochmal 100 Bits, mein Lieber. Ja, also es wird, also es wird wirklich morgen, es wird, aber du gehst nicht zum Fanmarsch, oder? Nö, ich wohne viel zu weit weg, dass ich mir da noch schön viel Zeit nehmen kann. Wann musst du denn losfahren? Ich denke immer, wenn das Spiel um 8.30 Uhr losgeht, werde ich hier sicherlich schon um 13.00 Uhr wegfahren, um dann halbwegs glücklich anzukommen. Also Bobic hat heute nochmal gesagt, man soll wirklich sich früh genug anstellen, weil die nicht garantieren können, dass wenn man um 17.00 Uhr da ist, dass man dann pünktlich ins Stadion kommt. Überleg mal, also ich werde richtig früh hingehen, weil ich habe keinen Bock, keinen Bock da irgendwas, ich will ja auch ein bisschen so, wie die Spieler sich aufwärmen, sehen, ich will die Stimmung einatmen, oder wie Magath sagen würde, ich will die Leute auch riechen. Also man muss ja da, man muss ja da auf jeden Fall früh genug da sein. Wurde keiner, hat das Stream aber Abverbot von Bernie, ja du sollst mal lieber bei deinem Verein bleiben, mein lieber Cassie, sonst kriegst du hier direkt eine Abmahnung, mein Lieber. Der Kessel wird brennen. Was sagst du, ey das würde mich auch nochmal interessieren, hast du heute ein Video darüber gemacht? Vielleicht reackten wir da später noch drauf. Was sagst du denn zu der Thematik? Jetzt hieß es ja von der Sportsenatorin, dass wir eventuell neben dem Maifeld bauen können, Stadion, aber dann mit 45.000 Zuschauern. Was sagst du dazu? Also da sind ja die, ich habe die Kommentare schon wieder gelesen, bei mir auch wieder so gespalten die Meinung. Meine Meinung ist dazu einfach, wenn ich jetzt schon sehe, also unabhängig von Corona, hatten wir einen Zuschauerschnitt von 48.000 und wir haben wirklich scheiße gespielt und wir haben das Olympiastadion und jede Mannschaft, die ein komplettes Fußballstadion bekommen hat, ob das Bayern war, Gladbach war, HSV war, Schalke war, die haben alle eine bessere Auslastung danach gehabt, dann denke ich mir, 45.000 ist einfach, also es ist einfach zu wenig. Was sagst du? Also mir wäre der erste Vorschlag mit 55.000 deutlich lieber gewesen. Ich muss halt, man muss halt einfach sagen, 45.000, sobald es sportlich ein bisschen besser bei Hertha läuft und sobald dann dementsprechend auch wieder sich die ganze Corona-Lage beruhigt hat, dann wird das Stadion auch täglich wieder mehr als 50.000 Leute einfangen. Da bin ich mir relativ sicher, es gab ja Ende 2019 auch ein kleines Hoch bei den ganzen Zuschauerzahlen, da sind ja auch dann zu Stuttgart oder zu Mainz, sind ja, nee, Mainz nicht, aber halt ein paar andere Vereine, da sind dann wieder deutlich mehr ins Stadion gekommen, da bin ich mir relativ sicher, man könnte auch dann sicherlich noch mehr als 44.000 vollmachen. Aber ich finde es relativ interessant, so wie es teilweise berichtet wurde, dass man größere Spiele dann tatsächlich im Olympiastadion austragen könnte. Das finde ich ein sehr interessanter Aspekt. Ja, aber das finde ich totaler Quatsch. Also ich baue doch kein neues Stadion, um dann die Top-Spiele wieder in dem alten auszuführen. Also das ist für mich völlig hirnrissig. Das ist mir natürlich klar, dass Berlin das gerne so hat, weil Berlin dann wieder Geld verdient da dran, als Stadt. Aber das ist für mich absoluter Schwachsinn. Ich will doch gerade gegen Bayern dann einen Hexenkessel haben, der komplett ausverkauft ist. Also finde ich absolut lost. Ich sehe auch gerade einer der Mods, vielen Dank, hat eine Umfrage gemacht. Und zwar, wie viele Zuschauer für das neue Stadion? 45, 55 oder 60? Ich bin ja sowieso so ein Großdenkender. Ich hätte ja am liebsten 65, wo alle sagen, das kriegt ihr doch eh nicht voll, übertreibt doch nicht. Aber ich sage es, ich habe mal ein Video darüber gemacht und habe mir die Stadienauslastungen angeschaut. Wie gesagt, von Gladbach, Schalke, Hamburg, Bayern, allen möglichen Vereinen, die vorher halt ein altes Fußballstadion hatten und dann eine Arena bekommen haben. Und die haben alle Minimum 25 Prozent Zuwachs in der Auslastung gehabt, ohne dass sie jetzt besser geworden sind. Ja, ich würde das am besten sagen, reines Fußballstadion direkt, kannst du auch direkt 70.000 Plätze machen, aber es ist natürlich unrealistisch. Ja, 55.000 bis 60.000 wären natürlich für Hertha am besten. Dann wäre die Hütte nachzu immer voll. Dann würden natürlich immer mehr Leute ins Stadion kommen. Und wenn dann Hertha sportlich, wenn es da auch noch ein bisschen besser läuft sportlich, dann werden ja immer und immer mehr Leute reinkommen. Das ist ja einfach logisch. Hertha hat ja auch, ich würde mal sagen, schon fast einen Boom bei den Mitgliederzahlen jetzt in den letzten Jahren gehabt. Ist das so? Ja, ich glaube, ein bisschen. Zumindest jetzt. Ich dachte eigentlich nicht, weil Union so zugelegt hat. Ja, und dann hat man tatsächlich versucht, wieder vor Union zu kommen. Deswegen haben die ständig, ich kann ja sagen, Kampagnen deswegen aufgefahren, die ich vorher gar nicht so wahrgenommen hatte. Was ja auf jeden Fall geil ist, wenn ein Stadion immer ausverkauft ist, dann wird es ja auch so ein bisschen exklusiv. Also dann gibt es mehr Leute zum Beispiel, die sich eine Dauerkarte holen. Also richtige Fans dann halt, die im Stadion sind und nicht irgendwelche Touristen. Und dieser Effekt ist ja zum Beispiel bei Union, da sind ja ganz, ganz viele Leute Mitglieder, nur um teilweise irgendwie vielleicht mal an eine Karte ranzukommen. Und der Effekt ist natürlich dann mehr gegeben. Aber ich sage es dir, wie es ist. Selbst ich, und ich bin der mega Hertha-Fan, ich wäre hundertmal öfter im Stadion, wenn wir diese Tartan-Bahn nicht hätten. Weil ich finde, die Sicht einfach scheiße ist. Ich mag es nicht. Ich finde das Olympiastadion an sich cool. Ich finde es ein tolles Stadion, aber nicht zum Fußball gucken. Und wir haben so eine krasse Stimmung. Warst du schon mal in einem anderen Stadion als bei Hertha? Ja, doch, sicherlich. Aber man muss halt eben sagen, bei Hertha, da stehen ja wirklich 11.000 Leute in der Kurve. Und die singen halt auch alle. Das ist so unterschätzt, die Fanszene. Das finde ich halt Wahnsinn, wie unterschätzt das ist. Man spricht die ganze Zeit von, ja, dass selbst hier, man tut uns auf einer Stufe mit Leverkusen und Mainz teilweise. Und das verstehe ich halt einfach nicht. Da muss ich halt wirklich sagen, dass Hertha, rein von den Fans her, nur so negativ ausgelegt wird, weil man teilweise wegen dieser Tartan-Bahn und wegen diesem Marathon-Tor einfach nicht richtig wahrnehmen kann, was dort eigentlich für eine Stimmung ist. Ja, genau das meine ich ja. Und deswegen würde ich auch öfter ins Stadion gehen. Was meinst du, wie das schallert, wenn wir nicht die, allein diese Öffnung da hinten, ja, da geht ja der ganze Schall von uns raus, dann diese Entfernung und das überträgt sich doch auch viel besser so eine Atmosphäre auf die Mannschaft, wenn du so ein krasses Stadion hast. Da sagt man wirklich, wie du vorhin gesagt hast, das ist ein Hexenkessel. Olympiastadion, egal wie geil die Stimmung morgen ist, ein Hexenkessel kann es gar nicht sein. Das ist viel zu, es ist einfach nicht nah genug dran. Ja, ich kann mich auch morgens schon wieder freuen, wenn ich da oben sitze und wahrscheinlich wieder nichts sehen kann. Dann musst du Fernglas mitnehmen. Ja. Nee, aber das ist wirklich so und das, oh, warte mal, jetzt hat hier Stuttgart gerade, oh, ein Glück nicht reingemacht. Ja, nee, also ich würde da auch sagen, da sollte man deutlich mehr haben, vor allem, wir haben ja schon noch, also, man sollte jetzt ruhig sein, wenn man von größeren Zielen spricht, weil es eigentlich peinlich ist, wenn ich das als Hertha-Fan sage, aber langfristig, egal wie lange es dauert, muss doch mal unser Ziel sein, ein bisschen erfolgreicher zu werden, als jedes Jahr, um Abstiegsplatz zu spielen, als Hauptstadt-Club und dann ist natürlich, also 45.000, das ist ja wie eine Mischung aus Wolfsburg und weiß ich nicht was, also, das wäre mir wirklich zu wenig irgendwie. Kann ich verstehen. Ich finde es sehr interessant, dass Olympia schon beibehalten bei einigen Spielen, ja, für die Tradition, aber so richtig, also, die Stadt wird sich freuen, aber ich denke mal, die freut sich richtig. Ja, nicht mehr. Was sagst du zu einem Stadion außerhalb? Ich meine, du bist ja Brandenburger, dann wäre es für dich wahrscheinlich nicht so schlimm. Für mich wäre das nicht so schlimm. Aber es kommt ja auch drauf an, wo du aus Brandenburg kommst, wenn du jetzt, sag ich mal, bist irgendwie Nordbrandenburger und dann ist das Stadion in Südbrandenburg, dann ist es ja noch schlimmer. Ja, also, wenn es in Brandenburg gebaut wird, kann ich mir auch nur vorstellen, direkt am, bei Schönefeld direkt hin, wo man easy hinkommt, das wäre das Einzige, was ich mir vorstelle, ich kann mir nicht vorstellen, dass die es irgendwo, irgendwo im Landgebiet, irgendwo reinbauen, das wäre komplett sinnlos. Also, irgendwo bei Schönefeld oder irgendwo, wo man halbwegs in einer Stadt angrenzt, zum Beispiel in der Nähe des BEAs oder so was, was irgendwie so in so einer Region. Brandenburg. Also, Ludwigsfelde wird ja immer wieder genannt, also in der Nähe von Teltow-Fleming, das wird immer wieder genannt. Ja, man muss halt eben sagen, Hertha ist ein Berliner Verein und selbst, wenn ich selber Brandenburger bin, nee, nee, lieber nicht. Hertha ist für mich immer noch, ich fahre gerne nach Berlin, um mir Hertha-Spiele anzuschauen. Ja, das ist auch irgendwie vom Feeling her, ich meine, andere sagen ja, in anderen Städten oder bei anderen Fußballclubs ist es auch so, dass das Stadion quasi außerhalb der Stadtgrenzen steht, aber Berlin ist ja an sich schon so mega groß. Ich sag mal, es ist ja jetzt schon so, wenn einer irgendwie aus Ost-Berlin irgendwo in Manzahn kommt, der hat es ja schon ganz schön weit bis nach Charlottenburg, ja, und wenn du es dann irgendwie nochmal weiter Richtung Südwesten irgendwie verlagerst, also dann ist ja das eine Anreise wie im Ruhrpott für die Leute, eine Auswärtsreise, ja. Das stimmt. Steve McQueen, danke dir für deinen Tier-One-Sub, dritter Monat am Start und Fußball-Wissen, danke dir mal lieber für 200 Pits. Ah, so geht das, genau so geht das, danke dir mal lieber. Ja, also, siehst selbst du als Brandenburger das so, dass man das Stadion lieber in Berlin lassen sollte, ja? Ja, ich würde mich nicht ärgern, wenn es in Brandenburg gebaut werden würde, aber ich würde es rein aus Hertha-Fan-Perspektive lieber in Berlin sehen, auch wenn, aber wenn der Senat da weiter rumstresst, dem möchte ich mich auch nicht anlegen. Ja, vor allem, du merkst ja einfach, dass es irgendwie eine Hinhaltetaktik ist, also entweder ist unser Management mega scheiße und kann nicht verhandeln oder die halten uns gefühlt seit zehn Jahren hin, weil das Thema geht doch schon, also das Thema geht schon seit Gegenbauer angetreten ist, 2008, glaube ich, da hat er schon gesagt, er will sich da drum kümmern, also wie kann man denn nach 14 Jahren, wir sind ja nicht mal, wir sind ja nicht mal so weit, dass man sagt, ja, da werden wir es machen. 14 Jahre und wir haben noch nicht mal einen Ort gefunden, wo wir es machen wollen. Ja, was soll ich jetzt sagen? Scheiße, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Egal. Passiert. Ja, nee, ich weiß auch nicht, was du sagen wolltest. Also, ja, müssen wir mal schauen, ob und wie schnell das alles gehen soll, aber die haben auch geschrieben, das soll ja jetzt irgendwie neben dem Maifeld sein, da, wo irgend so ein Reitsportfahrer Verein ansässig ist und da könnte man dann auch erst 2030 anfangen. Ja, also. Ziel war ja 2025, aber das ist, glaube ich, sowieso unrealistisch. Ja, man muss sagen, ich finde es ja schön, dass wir sehr viele Fan-Initiative haben, die sich darum kümmern. Es ist, wie gesagt, sehr löblich, unsere Fanszene, was dort für einen Einsatz gegeben wird, aber ich glaube im Endeffekt, wie sehr die Politik den Verein unterstützt, da sehe ich kaum etwas. Wenn selbst die eigenen Politiker aus Berlin, ich muss mal sagen, nur ablässern über den Verein und ich sehe nicht, wie die sich darum kümmern wollen, das sehe ich nicht. Ne, vor allem, es kann doch auch nicht sein, dass überhaupt Fan-Initiativen sich darum kümmern müssen, wenn wir hier ein Schiller und ein Gegenbauer, also Schiller ist jetzt für Finanzen, aber ein Gegenbauer, der so vernetzt ist in der Stadt, Multimillionär, Riesenunternehmen, es kann doch nicht sein, der muss sich doch mal drum kümmern, auch wenn er nur ein Ehrenamt bekleidet, ist doch scherzegal, der muss sich doch, der hat doch die Kontakte, also wer denn, wenn nicht er, es kann nicht sein, ist ja irgendein Fan, natürlich sagt auch so eine Stadt, so eine Senatorin oder irgendein Senat oder ein Bezirksamt sagt natürlich, was will der denn jetzt, ist irgend so ein Hertha-Fan, ja, aber wenn ein richtiger, großer Unternehmer das macht, mit Nachdruck, dann ist es auch nochmal was anderes, aber es ist wirklich irgendwie eine Paz-Situation, weil man lässt, wir lassen uns immer wieder, wir lassen uns immer wieder hinhalten, weil wir als Fans es halt nicht in Brandenburg wollen, das ist so eine, also, ja, wir geben eigentlich der Stadt Berlin, wir spielen den in die Karten als Fans, indem wir denen immer wieder sagen, wir wollen es nicht in Brandenburg, dann sagen die sich, na dann halten wir so einfach weiterhin und, ja, ich glaube auch die Politik glaubt, wenn wir abstehen, hat sich das Thema eh erledigt, ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, deswegen machen sie jetzt nochmal ein bisschen Hoffnung, dann wieder weg, dann wieder ein bisschen Hoffnung, ja, ja, wahrscheinlich, ja, was war das geilste Spiel von Hertha, außer jetzt Hertha gegen Dynamo, wo wir im DFB-Pokal weitergekommen sind, was du je gesehen hast? Das geilste Spiel, ich würde sagen, ich würde sagen, es ist, wirkt natürlich erstmal nicht geil, Hertha gegen Fortuna Düsseldorf, 3 zu 3, unter Nuri, das fand ich noch, das fand ich sehr emotional, muss ich sagen, 3 zu 0 zurückzulegen und dann, er hat dementsprechend noch ein 3 zu 3 zu erzielen und dann noch fast das 4 zu 3, das wäre es ja noch gewesen, das fand ich schon noch recht geil, das ist noch gar nicht so lange her. Warst du ein Kunja-Befürworter oder eher Kritiker? Ich war Kunja-Befürworter, sehr doller Kunja-Befürworter. Ich auch, also, mir hat es auch gar nicht gefallen, das war ja auch so ein Spiel, also, in dem Spiel bin ich der größte Kunja-Fan geworden, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, der wurde sogar eingewechselt in der zweiten Halbzeit und wir lagen ja 3 zu 0 hinten und das, also das war unglaublich, der hat sogar am Ende fast noch das 4 zu 3 gemachte Spiel gefühlt im Alleingang gedreht und der hat, ich dachte, was ist das denn, ein technisch guter Brasilianer und dann grätscht er am eigenen Strafraum Leute um, erobert sich den Ball, rennt über das ganze Feld und schließt auch noch ab. Also, ich war hin und weg von dem. Das war wirklich ein krasses Spiel und wie gesagt, dann hat er am Ende noch an Pfosten geschossen, es hätte eigentlich sogar, es hätte sogar noch 4 zu 3 für uns ausgeben müssen. Das war wirklich, stimmt, das war ein geiles Spiel. Wenn ich jetzt so zurück überlege, was war mein geilstes Spiel? Ich habe so viele Spiele erlebt, aber ich glaube, das geilste Spiel von mir, was ich jemals erlebt habe, war das, da hatte ich noch eine Dauerkarte für die Ostkurve, war das 2 zu 1 2009 gegen Bayern München. Ich glaube, es waren zwei Tore von André Voronin und da waren wir danach, also da war Klinsmann noch bei Bayern und da waren wir danach auf Platz 1 vor dem FC Bayern mit unserer Mannschaft und das war wirklich, ich glaube, das war das geilste, was ich jemals erlebt habe. Es gab aber schon echt einige coole Spiele, wenn ich mich daran zurückerinnere, natürlich jetzt in den letzten Jahren eher weniger. Keine Ahnung, das Ding von Selke damals gegen Leipzig, das war noch sehr krass. Das war auch geil, ja stimmt. Keine Ahnung, noch so Klassiker, wenn ich jetzt gerade hier denke an, gegen wen ist man denn damals in die Relegation gekommen, wo man denn noch irgendwie nach einer Ecke noch ein Tor gemacht hat. Weiß nicht, Raphael? Hoffenheim, das war ganz klar, gegen Hoffenheim. Die sind in Relegation gekommen. Ja, genau. Das war, das fand ich noch sehr krass. Das war auch ein geiles Spiel, stimmt. Und ansonsten, ja in den letzten Jahren eher weniger. Was war das beschissenste Spiel, was du je gesehen hast? 5-0 gegen Köln. Auch unter allen. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Genau das wollte ich auch sagen. Das war so eine Blamage, genau das wollte ich auch sagen. Ja. Also jeder, also wirklich jeder, der hier gerade drin ist und im Stadion war, ey, es tut mir wirklich einfach nur leid, ihr hättet echt auf Schadensersatz klagen müssen. Ja, das war, also das 5-0 gegen Köln, das war auch, also, es war, nee, ich hab das Spiel nicht früher ausgemacht, aber ich hab überlegt, es war echt schrecklich, aber da gibt's in den letzten Jahren vieles auszudenken, was echt eine Katastrophe war. Ansonsten würde ich sagen, ja, nicht das DFB-Pokal-Spiel gegen Union, das war auch schon echt schrecklich, aber, ja, vielleicht noch das Spiel von Korkut, gegen Mainz, das war auch noch so ein Kandidat, würde ich sagen, Korkut gegen Mainz, ach so, 0-4, ja, das war ja auch ein Offenbarungsalter, da hat ja überhaupt keiner mehr gekämpft, da hat ja überhaupt keiner mehr gekämpft, das war eine Frechheit, war dieses Spiel, das war wirklich Arbeitsverweigerung to the fullest. Der andere Mario, danke für nochmal 1000 Bits, Alter, du bist aber heute wieder im Gönner-Modus, Hertha gegen Köln, 2000, sagt er, Mepi, da warst du, da warst du noch nicht auf der Welt, Alex Alves Tor von der Mittellinie habe ich live gesehen, Hammer, also es war ein gutes Spiel für ihn, auf jeden Fall, Alex Alves, sagt der dir noch was? Ja, na, natürlich sagt er mir nichts, irgendwie von Stahl oder Hertha-Fans, also ich kenne ihn zumindest. Du kennst seinen Namen, du hast ihn natürlich nicht live gesehen, aber Marcelinho, wie alt warst du, als Marcelinho gespielt hat? Wann hat er ihn gespielt? Ja, 2004. Da sind sehr, sehr viele Leute Hertha-Fans geworden, außerhalb von Berlin, durch Marcelinho, damals. Ja, wenn ich ihn jetzt noch so an die, also diese Saison war von den schrecklichen Spielen her, muss ich auch sagen Katastrophe, jetzt fällt mir gerade wieder 6-0 gegen Leipzig ein, am besten auch noch das 5-0 gegen Bayern, das waren ja, also, das war bis hier eine Katastrophe, muss man echt sagen, die gesamte Saison. Weißt du, was das Schlimmste am 6-0 gegen Leipzig war? Das hätte einfach 9-0 oder 10-0 ausgehen können. Die hatten ja noch Lattenschüsse, alleine formt, also das war ja wirklich gruselig und das noch zu einer Zeit, wo Leipzig ja sogar schlecht war. Ja, das war, das war gefühlt der einzige Sieg von Jesse March. Und dann so einbrocken. Genau, aber wirklich, da hat er sich erst mal wieder drei Wochen erkauft, als Trainer. Mario, danke für den Trainer. Guten Abend, Tom. Guten Abend, mein lieber Mario. Freut mich, dass du am Start bist. Ja, krass. Mit wem gehst du morgen hin? Ich glaube, irgendeiner aus meinem Freundeskreis. Ganz krass, da habe ich einfach gefragt. Montag, der er direkt Bock hatte und dann rein da. Sind die auch Hertha-Fans? Oder musst du da auch, also bei mir ist so, ich habe eigentlich gefühlt gar keine Hertha-Fans im Freundeskreis. Ich musste auch mal so, ich musste auch mal so Werbung betreiben. Ich gehe jetzt morgen mit zwei nicht Hertha-Fans ins Stadion. Und ja, wie ist es bei dir? Ja, auch nicht Hertha-Fan. Gar kein Fußball-Fan bei mir allgemein. Deswegen, nicht Hertha-Fans. Ich muss Leerlauf zurückgreifen. Gibt nichts anderes. Da deine, nee, mein lieber nicht. Ja, ich versuche natürlich morgen die Leute zu bekehren. Bei mir ist es morgen eher so eine Aktion. Ich denke mir so, das ist, also wenn Hertha morgen gewinnt mit der Stimmung und so weiter. Also wenn du dann nicht Hertha-Fan wirst, dann mach dich weg aus meinem Freundeskreis. Aber ja, mal gucken, mal gucken, wie das wird. Mal gucken, wie das morgen wird. Ich bin sehr, ich bin wirklich, ich bin, also ich muss sagen, als kleiner Junge, das weiß ich noch, als ich so, weiß ich nicht, 14, 13 war, da war ich immer, ich wusste schon zwei Monate vorher, bevor ich ins Stadion gehe. Und ich war wirklich mega aufgeregt. Und dieses Gefühl hatte ich nie wieder. Und jetzt habe ich irgendwie wieder dieses Gefühl seit Mittwoch oder so. Ich bin wirklich aufgeregt, ins Stadion zu gehen, weil ich einfach überhaupt nicht einschätzen kann, was da passiert. Ja, ich muss schauen. Bei mir ist es so, ich habe wirklich gesehen, dass die Montag in den freien Verkauf ging, habe dann direkt, habe dann auch direkt am Montag gesagt, okay, komm, Termin sagst du ab, scheiß drauf, fährst jetzt hin, egal was passiert, kannst du dir nicht entgegenlassen, dann bist du blöd, wenn du das machst. Habe ich Termine abgesagt, habe dann gesagt, ja, fährst du hin, kaufst dir zwei Karten und gut ist. Und dann... Was hast du bezahlt für deine Tickets jetzt? Da muss ich einmal nachschauen. 38 Euro und 45 Euro. Also irgendwo... Oberring ist schon viel eigentlich. Ja, es ist recht viel für den Oberring. Ja, wie gesagt, das war eine spontane Entscheidung. Ja, aber hast du, was wollte ich denn jetzt gerade noch fragen? Was macht... Achso, das wollte ich dir fragen. Mal eine private Frage. Was machst du denn gerade? Gehst du noch zur Schule, machst du Abi, was machst du denn? Ja, ich habe tatsächlich in zweieinhalb Wochen die ersten Abiturprüfungen und mache ich ganz klassisch an meinem Abitur. Und deswegen hast du auch gerade ein bisschen, was heißt Zeit, du musst natürlich lernen, aber bist relativ flexibel, was so Videos machen angeht und so, ne? Ja. Was steht danach an? Das weiß ich noch nicht. Muss man anschauen. Ich studiere irgendwo, aber das wird wahrscheinlich jeder sagen. Ich würde dir empfehlen, es gibt da, boah, gerade wieder Riesenschance für Stuttgart. Hertha sucht noch einen Kaderplaner. Weiß nicht, ob du sowas kannst, vielleicht, ob du da Referenzen für hast, aber ich habe gesehen, du hast schon mehr als zehn Fußballspiele live gesehen, also es müsste eigentlich reichen, Dirk Dufner auszustechen. Was Dirk Dufner da gemacht hat, also das Thielen wirklich, er hat doch noch nicht bei Hannover funktioniert. Freiburg auch nicht. Ne, das war ja wirklich, nee, das war, das war, war wieder ein Scheitern auf Ansage, mal wieder. Aber wirklich, weißt du, wo der noch war übrigens? München? 1860, kann das sein? 1860 München. Also, ich will jetzt nichts beschreien, aber die hatten auch einen Investor und Dirk Dufner und man hat ja gesehen, wo die gelandet sind. Ja. Ich möchte nicht sagen, dass Bobic bis hierhin gescheitert ist, aber, es deutet sich so ein bisschen an, und das ist, das ist nicht ein Heilswinger, wie wir ihn alle erhofft hatten vor der Saison. Also, Dirk Dufner zu verpflichten, ich, ich frage mich auch immer noch, ach, naja, also, ich, ich, ich habe mich schon genug darüber ausgelassen, aber Dirk Dufner als Kaderplaner zu holen, wie du schon gesagt hast, also, er hat keinen einzigen Nachweis, wo es geklappt hat. Keinen einzigen. Wieso soll das jetzt bei Hertha klappen? Das einzigste Gute, was er mal gemacht hat, er hat Alensan Maximilien nach Hannover geholt. Das ist das einzigste Positive, was ich von ihm gehört habe. Der von Newcastle. Genau. Den hat er aber nach Hannover geholt. Aber der hat ja bei Hannover nicht mal funktioniert so richtig. Also, nicht so gut, also, nicht so gut wie jetzt bei Newcastle. Also, das ist wirklich ein unfassbarer Typ, dieser Dirk. Der gute alte Dirk. Nochmal interessant für mich, was sagst du zur Gegenbauer, äh, Gegenbauer-Thematik? Also, ich muss dazu sagen, ich bin natürlich eher, ich möchte nicht sagen, Lars Winter ist zugeneigt, aber Gegenbauer ist, jetzt in den letzten, sind ja mittlerweile schon 12, 13 Jahre, muss man sagen, sportlich, zurückentwickelt, finanziell, einen Schermhaufen hinterlassen, Ingo Schiller, für mich da auch, ja, nicht, nicht in seiner Rolle. Und deswegen, ich kann Gegenbauer nichts mehr abkaufen, kein Grund mehr für ihn, hier weiterhin diesen Verein wirklich zu leiten. Bis hierhin, muss ich sagen, Gegenbauer finde ich einfach, ja, hart ausgedient. Ich bin mal langsam, Schlusswort lustig. Ja, also, du bist ja wahrscheinlich jetzt kein Mitglied, sonst hättest du ja vorher schon die Karten kaufen können. Also würde es auch, klar, gegen ihn stimmen bei einem Abwahlantrag quasi. Ja. Ja, okay. Gibt es, also, ich bin mir eigentlich fast sicher, dass, egal ob wir jetzt in der Liga bleiben oder nicht, Felix Magath bei uns nicht Trainer bleiben wird. Gibt es für dich einen Trainer, wo du sagst, also jetzt nichts Unrealistisches, der realistisch ist, den du gerne bei Hertha sehen würdest? Wir haben ja unter der Woche beide ein Video darüber gemacht, dass Leite eventuell bei Hertha oder Schalke im Gespräch sein könnte. Gibt es irgendeinen Trainer, den du gerne hättest und wo du sagst, das ist vielleicht auch realistisch? Interessant finde ich den Karlsruher Trainer, Christian Eichner. Finde ich sehr interessant, einfach nur, weil er es den Karlsruher sehr gut macht. Ansonsten muss man eben sagen, dass der Trainermarkt sehr wenig hergibt, aber ich denke mal, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich auf jeden Fall für Eichner von Karlsruher entscheiden, weil er es halt eben dort, er hat es dort geschafft, wirklich Karlsruher wieder auf dem rechten Weg zu leiten und für mich macht das dort sehr gut. Ich finde auch, der macht es sehr gut und das ist ja seine erste richtige Profistation, war ja selber auch bei Karlsruher als Rechtsverteidiger sehr lange aktiv, kenne ich noch aus FIFA-Zeiten, dass der da immer gespielt hat. Okay, das ist eine coole Antwort, mit der ich jetzt gar nicht so als erstes gerechnet hätte, weil ja viele dann immer mit diesen Namen kommen, Niko Kovac und so weiter, die für mich einfach auch eigentlich nicht so realistisch sind, irgendwie, um ehrlich zu sein. Erstmal finde ich Niko Kovac nicht so realistisch und ich weiß auch nicht, ob der funktionieren würde bei unserer Truppe. Was sagst du zu so einem Namen wie Niko Kovac? Vor einem Jahr hätte ich gesagt, ja auf jeden Fall, aber jetzt, nachdem Hertha BSC das dritte Mal im Folgeabschießkampf ist und jetzt offenbar auch noch bekannt ist, dass Hertha kaum Geld mehr hat, um irgendwas zu reißen, es ist absolut unrealistisch, dass Kovac oder eben ähnlichen Namen, hier Roger Schmidt oder so, irgendwie zu Hertha gelotst werden können. Deswegen glaube ich daran einfach nicht mehr, auch wenn ich natürlich Kovac positiv gestimmt wäre. Ja, ja. Roger heißt er übrigens. Das ist ganz wild. Der ist nicht mal Roger, der ist einfach Roger. Ja, ja, es ist richtig. Ich sehe hier gerade, einer schreibt Jogi, also Jogi Löw, Alter, dann muss ich mich, glaube ich, als Mitglied bei dem Verein abmelden, wenn die den als Trainer holen. Also bitte nicht. Der würde dann wahrscheinlich wirklich anfangen, Darida ins Tor zu stellen oder so, so kreativ, wie der immer unterwegs ist. Nee, aber finde ich eine kreative Antwort. Gibt es denn Spieler, die du gerne hättest? Also wir haben ja vorhin schon mal besprochen, also Flügelposition, links und rechts, absolute Baustelle, aber auch nicht erst seit diesem Jahr, sondern schon seit drei Jahren. Ja. In Sturm, Baustelle und Rechtsverteilung, Baustelle. Ich bedanke mich ganz kurz und dann kannst du hier gerne deinen Monolog führen. Mario, danke für 100 Bits und Linnemann, danke für 300 Bits. Magath hat zwei mal indirekt das Präsidium geschossen unbedingt anschauen. Was? Wann? Wo? Muss man mal bei Instagram bitte schicken, dann gucke ich mir das gerne an. Also wen, sagen wir mal jetzt, Rechtsverteidiger, linker Flügel, rechter Flügel, Sturm, wir bleiben in der Liga. Einfach mal positiv denken. Wen würdest du da realistisch gerne haben? Ich würde zum einen Kreuter führt ausbeuten, weil ich denke mal relativ, dass die absteigen. Ausbeuten ist gut. Und ich finde da Jamie Leverling ganz interessant von Kreuter führt. Ich glaube, dass er in der Liga auf jeden Fall was reißen kann. Er macht das sehr gut gerade in Kreuter führt und mit 21 Jahren ist er sehr jung, talentiert, hat fünf Tore für Kreuter führt gemacht. Finde ich sehr interessante Position und ich glaube, er ist bestimmt auch U21-Nationalspieler. Oh ja. Ich würde auf jeden Fall Leverling sagen, Rechtsverteidiger ist sehr schwierig. Es wurde ja mal berichtet, dass Hertha einen Rechtsverteidiger für kommende Saison an der Ange hat. Ich würde gerne wissen, wer das ist. Junger soll es ja sein, ein sehr, sehr junger. Ich kann mir vorstellen, vielleicht irgendeiner aus der polnischen Liga oder aus Tschechien oder so, da könnte ich mir vorstellen. Ich hoffe, kein Franzose. Oder der Franzose, genau. Oder der Cousin von Björkhan vielleicht. Ich weiß es nicht, aber ich dachte vielleicht an, also den habe ich ja selber öfter ins Gespräch gebracht, auch wenn er jetzt sehr, sehr lange verletzt war. Wagnoman ist ja auch U21-Nationalspieler und spielt beim HSV. Könnte natürlich sein. Aber wen hättest du gerne da auf der Position? Rechtsverteidiger ist halt super schwierig. Man muss halt Klünter abgeben, man muss Sehfück abgeben, man Pekarik, ich weiß nicht, ob der noch eine Saison macht, das kann ich mir natürlich nicht mehr vorstellen. Vielleicht als Backup oder so irgendwie. Wenn ich ihn, also es ist halt super schwierig einzuschätzen. Ich würde natürlich sagen, Mbappu von Wolfsburg, weil er dort irgendwie überhaupt nicht mehr funktioniert, vielleicht eine Alternative, aber der wird sich niemals so einen Verein wie Hertha antun. Von daher, weiß ich nicht, er wird irgendein Zweck gegessen. Ich finde Wagnoman sehr interessant, aber vielleicht, ja, sehr schwierig einzuschätzen. Was hältst du von Agu zum Beispiel von Bremen? Also ich weiß jetzt nicht, ob der wechseln würde, ist ja relativ unrealistisch und Nico würde mich dafür auch abmahnen, aber was hältst du von dem? Sehr interessanter Spieler, ist auch wieder ein sehr junger Spieler, kann, ja, kann durchaus klappen. Muss ja dabei eben schauen, wenn Bremen aufsteigt, dann wird er sich niemals denken, ja, ab zu Hertha BSC. Geil, wieder. Endlich, endlich mal Hertha. Also, kann ich mir nahezu nicht vorstellen. Ich kann mir vielleicht vorstellen, hier, ne, wobei Bielefeld wird auch nicht klappen, wenn wir da den zweiten Absteiger ausbeuten wollen, das wird dieser Hände klappen. Wir haben ja, redet über euren Verein, wir haben ja, was ich ja sehr, sehr oft schon gesagt habe, im Winter, weil der jetzt auch der Vertrag ausläuft im Sommer, der ist jetzt keine Koryphäe, der ist technisch jetzt auch nicht super, aber der hat Bundesliga-Erfahrung, der kämpft und der, ja, da machst du nichts falsch und der ist auch nicht teuer, wäre natürlich ein Dani Da Costa, der ist ablösefrei, was sagst du zu dem? Ja, Dani Da Costa, es hat im Winter nicht geklappt und er will wahrscheinlich irgendwie bestimmt in Mainz oder in Frankfurt bleiben, das kann ich mir nahezu nicht vorstellen, das habe ich ihn schon mal kategorisch ausgeschlossen und deswegen glaube ich niemals, dass er kommt, ich kann mir halt wie gesagt irgendeinen jungen polnischen oder halt eben, wenn Freddy Bobic wieder auf seine Franzosenfahrt irgendwie vorstellen, der dann irgendwie zuerst wechselt. Franzosenmarkt, manche Leute, also wir Berliner gehen gerne auf den Polenmarkt, Freddy geht gerne auf den Franzosenmarkt. Ja, also mit Maudi da und in Sona bin ich da ein bisschen, also, geschädigt. Dann noch Toussaint, ich meine, der kam wenigstens von einem Klub, den man kennt oder der Champions League spielt, aber ich weiß, was du meinst. Vor allem ist, ich weiß auch nicht, ich weiß nicht, was das Experiment da sollte, vielleicht dachten die, wir finden den nächsten Kunku oder, ich weiß es, ich kann es mir wirklich nicht erklären, was das sollte, diese ganzen Franzosen. Dardai hat es ja eigentlich mal ganz gut gesagt, denn er hat ja gesagt, letzte Saison ist es einfach auch nicht gut, wenn du so viele Spieler im Kader hast, die kein Deutsch sprechen und dann holen wir einen Franzosen nach dem anderen. Das stimmt. Und Franzosen sind ja, es ist jetzt kein Front oder so, aber sind ja nicht gerade dafür bekannt, dass sie gerne andere Sprachen lernen, im Gegenteil. Wen würdest du gerne auf dem rechten oder linken Flügel sehen oder beides? Ich finde vielleicht Jakob Ruin-Larsen von Hoffenheim sehr eine interessante Position. Echt? Ja, muss ich sagen, den fände ich sehr interessant. Da ist jetzt auch die Frage, wird er sich so etwas so härter BSC antun? Ansonsten würde ich halt wahrscheinlich wieder in der zweiten Liga irgendwie zugreifen, aber es ist halt wichtig, eine Position wirklich mal einen qualitativ hochwertigen Spieler zu haben, damit man da mal halbwegs abgesichert ist. Das kann nicht sein, dass man drei Saisons in Folge mit, ich muss mal sagen, ohne Flügelspieler rumläuft. Man hatte Jabari eigentlich Flügelspieler war also, wir haben ja unsere Spiele auch komplett falsch eingesetzt und dann Marius Wolf, jetzt in Dortmund ist er natürlich wieder Weltklasse, weil er dort richtig eingesetzt wird und bei uns war er mal Flügelspieler, mal Rechtsverteidiger, mal, ich glaube, da gab es sogar mal Spiele, hat er mal im Sturm gespielt, also. Ja, hat er auch, ja. Übrigens 2-0 durch Brandt durch einen für mich Torwartfehler von Müller kann man schon mal halten, meines Erachtens nach, aber ist ganz, 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 ganz wichtig und richtig für uns, also wirklich, weil Stuttgart hat gerade richtig gedrückt, wie ich es so mitbekommen habe. Ich hoffe, dass Bielefeld morgen wirklich auf den Sack kriegt von Wolfsburg. Ja, aber meinst du nicht, unentschieden wäre sogar besser? Wenn Kohfeldt-Trainer bleibt, also ich bin mir halt relativ sicher, dass halt Kohfeldt sollte Trainer bleiben in Wolfsburg. Ja, bitte, unbedingt. Ja, deswegen wäre es mir schon lieber, wenn Wolfsburg gewinnt, dafür aber Kohfeldt-Trainer bleibt und dann natürlich in den nächsten Spielen ein bisschen. Ja, wie der, wenn man sich auf den Sack kriegt. Aber Bielefeld, für mich haben die keine Perspektive, um in der Liga zu bleiben. Man hat als, ja, sag erst mal du. Als wir gegen Bielefeld gespielt haben, waren es ja komplett, also haben wir, spielerisch hat ja Bielefeld wirklich eine Katastrophenleistung hingelegt und, viele Siege von Bielefeld sind auch, ich möchte nicht sagen, wir haben jetzt fünf Siege in der Saison und ich würde sagen, knapp die Hälfte davon ist Glück. Also ich sage dir ehrlich, bei Bielefeld, als ich das Spiel gesehen habe, das war ja mit Korkut, wo wir 2-0 gewonnen haben, als ich Bielefeld da gesehen habe, dachte ich, Alter, die sind ja noch schlechter als Kräuter Fürth. Also fußballerisch war das, also gegen Hertha jetzt in dem Spiel, fand ich, war das das Schlechteste, was ich überhaupt gesehen habe und da war das 2-0 auch für mich kein Erfolg oder ich habe mich groß gefreut, weil das war für mich einfach ein absoluter Muss-Sieg, weil die so schlecht waren und es hat mich echt gewundert, dass sie dann noch den einen oder anderen Sieg oder Punkt geholt haben, wo ich dachte, hä, wie haben die das jetzt gemacht? Das Ding ist halt, die gewinnen halt plötzlich gegen RB Leipzig oder so und sind halt plötzlich wieder raus aus dem Abschiedskampf. Kommt das aus dem Nix? Das ist wirklich Wahnsinn. Also gut, du würdest sagen, Brühl-Lasen ist einer für dich, wer noch? Ja, auf der Flügelposition, ich würde tatsächlich Anton Kader natürlich in den Profikader reinziehen, damit man dort auch natürlich junge und frische Leute aus der eigenen Jugend hat und dann würde ich sagen, ja, wenn man mal schaut, in der Bundesliga gibt es durchaus einige Spieler, die zu Hertha passen würden, kann ich mir vorstellen. Ich finde vielleicht sehr interessant, weil, naja, sehr schwierig zu sagen. Man muss jetzt schauen, Hertha BSC hat in den letzten Jahren an Ansehen verloren und ich sehe nicht, wie sich irgendeiner diesem Verein hier anschließen will und ich muss auch sagen, dass die Flügelposition recht schwierig zu bekleinen ist. Ja, wenn ich einen Spieler verpflichten würde, dann wäre es vielleicht, jetzt muss ich jetzt schauen, wie er heißt, der hat mir gegen uns sehr gut gefallen. Ja, auch wieder sehr unrealistisch, aber Paulinho von Leverkusen, der hat mir noch richtig gut gefallen. aber der ist unrealistisch wahrscheinlich. Der ist zu gut. Der ist leider zu gut und auch zu teuer. Was sagst du? Hier schreibt gerade Arturo rein, Radonjic könnte wieder ein Thema werden. Ja, Radonjic. Klappt gar nicht bei Benfica. Also ich fand den ja toll bei uns. Ja, ich fand den auch. Also Radonjic, es hat mich geärgert, dass wir ihn nicht verpflichtet haben. Nemanja, also vor allem das Spiel gegen Schalke ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Das war ja ähnlich wie Kunja, rein ins Drittling und dann stand er da auch wirklich weit vorm Tor und hat das Ding auch reingemacht und was er für ein Tempo hatte, war wirklich herausragend, hat mir sehr gefallen. Radonjic, ich fand schade, dass wir ihn nicht verpflichtet haben, aber ich kann mir nicht, er wollte unbedingt zu Hertha BSC. Ja, genau. Bei Instagram, der schreibt ja immer unter Hertha Post und der mag den Verein auch und der hat teilweise auch gekämpft und der hat mir eigentlich relativ gut gefallen. Ich fand es schade, dass man ihn nicht verpflichtet hat und vielleicht jetzt nach der Laie ist er günstig zu haben. Vor allem das Krasse war ja, dass die Begründung war, warum man nicht so viel Geld für ihn ausgeben wollte. Ich glaube, die wollten fünf Millionen, wir wollten drei bezahlen. Ist kein Mentalitätsspieler, Mentalitätsschirm nicht. und dann holst du mal Oli da für vier Millionen. Ja, moin. Aber das ist wirklich, es ist wirklich nicht erklärlich, warum man sich so gegen den, also es gab auch Situationen, muss ich auch sagen, da war er mir zu egoistisch, aber das war, das wäre doch einer morgen zum Beispiel. Ey, da freust du dich drauf im Stadion, ja, da hast du einen, den schickst du lang und der rennt und der macht mal eine Eins-gegen-eins-Situation. Da ist vielleicht auch mal zu viel Egoismus dabei, aber der macht wenigstens was in der Offensive und traut sich was, ja. Und das geht uns ja völlig ab. Ja, muss man halt eben sagen, Nemanja, es war wenigstens mal ein Flügelspieler im Kader, das hat man halt direkt gemerkt in der ersten, dass halt auch wirklich was konnte. Und ich muss auch sagen, Arne Friedrich, die Transferphase da, die war wirklich eine gute Transferphase mit Sami Khedira, an sich auch einen guten Spieler verpflichtet. Sami Khedira war aber schlimm, oder? Fandst du ihn gut? Also ich muss sagen, die Vorlage in Stuttgart fand ich sehr wichtig und ich muss halt eben auch sagen, einfach nur einer, wo man halt auch Sicherheit hatte. So, dass man halt eben dann doch so eine gewisse Ausschauungskraft, so wenn dir auf einmal so ein Sami Khedira entgegenläuft, dann hast du ein bisschen Respekt vor dem Verein. Also ich fand Sami Khedira einen ganz, ganz schlimmen Transfer, aber Radonjic sehe ich auch so, das war okay. und den hätte ich auch wirklich weiter verpflichtet. Also ich verstehe, eigentlich hätte ich auch gedacht bei Bobic zum Beispiel, weil der ja gerne Itch-Spieler verpflichtet aus Osteuropa und da auch ein Draht zu hat, allein schon wegen seiner Vergangenheit und auch einen guten Draht zu den Spielern hat, dass das dann erst recht was wird, aber nee, dann kommt Maul wieder. Und egal wie schlecht die Mentalität von Radonjic ist oder war oder wäre, der hätte uns doch 100% mehr weitergeholfen als alles, was wir jetzt haben. Man muss da sagen, ich glaube bei Maul wieder hatte man ja eine Kaufoption im Vertrag. Keine Ahnung, bestimmt bei 11 Millionen oder so etwas, das war ganz überdimensional die Kaufoption. Vielleicht wollte er deswegen, wenn... Bei Radonjic meinst du das? Ja, ja, ja. Ja, bei Radonjic. Er hatte ja eine Kaufoption, die war bestimmt bei 11 Millionen und bin mir sicher, dass Marcel deswegen überhaupt nicht runtergehen wollte. Kann sein, aber die haben ja, also so wie es in den Medien hieß, Wissen tun wir es natürlich nicht, aber 5 Millionen haben sie am Ende gefordert und wie gesagt, ob ich jetzt 5 Millionen für Radonjic bezahle oder 4 Millionen für Maul Lida, da wüsste ich aber, was ich mache. Zumal, wie du es ja selber vorhin beschrieben hast, wenn ich kein Geld habe, dann gebe ich auch nicht 3 Millionen für den Christensen aus. Oder der kann ja ein guter Keeper sein, das sage ich ja gar nicht, aber in dieser ganzen Konstellation mache ich dann als letztes, hole ich mir dann einen neuen Torwart, wenn ich weiß, ich habe da noch einen Körper und einen Lotka, dann hole ich nicht für 3 Millionen einen Ersatz für Schwolos. Das mache ich dann einfach nicht, wenn ich kein Geld habe. Und dann in der gesamten Video-Transferphase, wo man Team in den Abschiedskampf steckt, nur insgesamt 2 Millionen Euro ausgeben. Für Dom Jun Lee und Kempf. Und in Sona. Ja stimmt, gerade diese schreibt auch noch ein, nicht zu vergessen, über 7 Millionen für Richter. Nicht, dass Richter schlecht ist, aber der ist nie im Leben 7 Millionen wert. Wenn ich kein Geld habe, gebe ich keine 7 Millionen für Richter aus. Ich möchte nicht wieder über Bobelt anfangen zu lästern, aber bis jetzt ist das mehr als eine Katastrophe. Ja, muss ich auch sagen. Muss ich auch sagen. Ich bin niemals einer, der sich Prez zurückwünscht. Niemals. 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 Aber ich muss sagen, Bobic reiht sich da auch irgendwo ein. Das Schlimme ist, dass Bobic nur 3 Mal so viel verdient wie Prez. Das kommt noch hinzu. Also, dass er der Mensch ist, der am meisten verdient. Es ist einfach eben tut so, als würde er nichts für sein Geld machen. Ich bin da sprachlos. Unabhängig davon, dass er es nicht leicht hatte, weil er wusste wahrscheinlich nicht, dass er einen Transferplus erwirtschaften muss, aber wenn ich so wenig Geld habe, dann muss ich mit dem Geld, was ich habe, halt auch besser umgehen. Ja, aber wenn du einen Transferplus erwirtschaften musst, da gab es ja auch die Geschichte um Kunja. Du hättest ihn für 30 Millionen nach Atletico verkauft, mehr bietet. Definitiv noch mehr wert als 30 Millionen. Und ich glaube, da gab es mal ein Angebot von HSL-Watton oder so und die hatten da ja noch 40 Millionen gebietet oder 37 Millionen. Leeds war das, glaube ich, oder? Leeds kann es auch gewesen sein. Zumindest einer dieser komischen Engländer. Also, die hatten da auf jeden Fall jede Menge reingeboten und vielleicht wäre es einfach sinnvoller gewesen, eben wenn man einen Transferplus erwirtschaften muss, dass man eben dort, ja, dieses Geld, dass man halt auch dort wirklich wirtschaftlich handelt und nicht sagt, ja, Atletico und Madrid, weil ich denen jetzt versprochen habe, Kunja für 30 Millionen zu verkaufen, verkaufe ich denen jetzt für 30 Millionen. Vor allem, wie du schon gesagt hast, also das war ja, das war so krank. Ich habe ja, ich war ja einmal bei Transferupdate, die Show, wo Max Bielefeld noch da war. Falls du den kennst, diesen Blonden und dieser Max Bielefeld ist ja so ein, sag ich mal, Brasilien-Experte, weil ich glaube, seine Frau ist Brasilianerin und der kann Portugiesisch und so. Und ich war ja da einmal in der Show und habe mit dem diskutiert und da meinte er auch, dass er halt weiß aus dem Umfeld von Kunja, dass Kunja eigentlich auch geblieben wäre. Man hätte den bloß mal in dem Sinne, wie es halt bei so einem Zehner, bei so einem besten Spieler im Kader ist, man hätte ein bisschen Honig ums Maul schmieren müssen. Man hätte den einfach nur sagen müssen, ey, guck mal, du bist doch unser Bester, bleib mal bitte noch ein Jahr und so. Du bist, du hilfst uns mega weiter. Der wäre bei Hertha geliebt, der hat richtig ein Herz für Hertha. Wir haben den ja am Ende, also als ob wir den auf Ebay gestellt haben. Das war ja so, die haben ja alle Schuld auf Kunja geschoben. Egal, um was es ging, es war immer Kunja an einem Schuld. Und natürlich kannst du dann auch keinen guten Preis erzielen, wenn du so über ihn die ganze Zeit öffentlich redest, ne? Ja, das war, ich finde, ich habe auf Kunja nie so krass rumgehackt, weil ich halt wusste, dass er der beste Spieler ist. Das war halt klar. Aber er ist halt das erste Opfer gewesen, wenn es halt mal richtig schlecht lief. Und jetzt wünschen sich halt wieder alle, inklusive mir natürlich auch, wieder Kunja zurück, weil wir halt jetzt niemand anderem haben. So, das ist alles nicht so einfach. Aber wir müssen jetzt nochmal, wenn wir jetzt am Ende von unserem Talk hier sind, noch ein bisschen positive Vibes zu bekommen, müssen wir trotzdem wieder in die positive Richtung abschweifen und erst mal sagen, dass, was du ja auch schon gesagt hast, wir haben fantastische Fans und das wird morgen auf die, und selbst wenn die Saison bisher scheiße war, Njovetic wird überrascht sein. Der war überall, der war bei Manchester City, bei AS Monaco, bei AC Florencia wird überrascht sein, was das für eine Stimmung morgen ist. Ein Belfodil wird überrascht sein, was das für eine Stimmung ist. Ein Gächter, ein Kempf, alle werden sehen, ey, was ist denn das Geiles hier? Das kann ich einfach nur genießen und werde alles hier geben. und ich hoffe, dass durch diese Synergieeffekte von Fans und Mannschaft am Ende da irgendwie, wie auch immer, drei Punkte rausspringen. Ja, es ist halt eben so, Union wird, denke ich, morgen nicht so auftreten, als müssten sie diesen Sieg jetzt unbedingt tun. Union hat ja zwei Derbysiege in der Hinterhand, die sind irgendwo auf dem siebten Platz, die werden morgen erstmal schön den Ball flach halten und erstmal gucken, ja, wie man in dieses Spiel rein startet. Ich glaube, dass die auf jeden Fall morgen schlagbarer sind als im DFB-Pokal-Derby. Da bin ich mir relativ sicher, eben weil halt eben auch, das ist kein K.O.-Spiel. Es ist, die haben eine entspannte Lage, wir müssen angreifen. Ja, das stimmt. Ich bin mir relativ sicher, dass es morgen grundlegend einfacher wird als das erste Derby und dann das DFB-Pokal-Ding. Das Ding ist nur, wir müssen es natürlich auch annehmen. Also wir müssen natürlich auch, wenn die uns das bieten, weil sie tief stehen, dann dürfen wir nicht erst ab der Mittellinie pressen. Also wenn die defensiv stehen, dann müssen wir umso offensiver stehen, weil sonst wird das natürlich auch wieder nichts. Eigentlich hast du ja vorhin selber auch schon gesagt, selbst im DFB-Pokal-Derby so offensiv war Union da auch nicht. Die haben eigentlich auch gefühlt nur fünf Torchancen gehabt, aber die haben halt daraus drei Tore gemacht. Ja, natürlich dieses Scheiß-Torff und Vogelsammer, dass genau so ein Ding reingeht. Traumtor von Vogelsammer. Kein Mensch kannte Vogelsammer vorher, aber der macht natürlich gegen uns wieder so ein Tor, ey. Jaja, unfassbar. Ja gut, also du tippst 1 zu 0. Ich tippe 3 zu 1. Bin gespannt auf die Aufstellung. Bin gespannt auf die Einstellung, weil am Ende ist die Aufstellung auch zweitrangig gegen Wolfsburg zum Beispiel, dachte ich auch. Die Aufstellung, boah ey, viel zu defensiv, aber die haben mega offensiv gespielt. Am Ende ist auch die taktische Einstellung wichtig. Ja, ich sag's so, wie es ist. Wenn morgen alles stimmt, man braucht natürlich immer ein bisschen Glück bei einem Derby, aber es ist halt eben so, wenn die Torchancen dann reingehen, wenn man dann in den ersten 20-Piluten Selbstvertrauen gesammelt hat, wenn die Fans dementsprechend auch die Unterstützung geben, dann wird das binnen 45 Minuten ein komplett anderes Spiel werden. Dann wird man auch dementsprechend morgen gewinnen. Und wenn dann die Defensive so sicher ist wie gegen Hoffenheim, dann wird man, denke ich, auch dieses Spiel sogar zu null beenden können. Da ist auf jeden Fall was da. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt wie Bettlaken und ich freue mich unfassbar drauf. Ey, ich würde sagen, wir haben jetzt fast zwei Stunden voll. Ich muss jetzt nämlich gleich mal eine kurze Pause machen, nämlich mal auf Toilette gehen und eine neue Pfeife machen und so weiter. Ich danke dir recht herzlich. Diesel hat gerade mal deinen YouTube-Kanal hier nochmal reingeflankt in den Chat. Folgt gerne alle dem jungen Mann hier, der macht sehr guten Hertha-Content, ähnliche Bereich wie ich, nochmal aus einer anderen Perspektive gesehen. Lass da gerne alle ein Abo da. Würde ich gerne auch wieder mal mit dir machen, wenn es, sag ich mal, den Anlass dafür gibt, dass wir wieder so einen Talk machen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich danke dir für deine Zeit. Hat mir Spaß gemacht. Ich wünsche uns morgen allen natürlich einen Sieg. Die letzten Worte gehen natürlich jetzt an dich und Leute an euch. Wir streamen danach weiter. Keine Sorge. Ich bin mir relativ sicher, dass das morgen was wird. Es ist ein Heimspiel. Es ist ausverkauft und allein schon dieses Feeling, wieder einfach da zu sein bei diesem Spiel, wieder da wirklich mit 70.000 anderen da zu sein, das wird uns allen so oder so einen geilen Abend bescheren. Was sagst du noch zum Streamen? Hast du da auch noch was zu sagen? Ja, das war natürlich insgesamt ein krasser Streamen. Ja, das muss man sagen. Der Talk war sehr, 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 sehr intensiv, muss man sagen. Hat sehr viele Bereiche abgedeckt. War nice. Kann man auf jeden Fall wiederholen. Okay. Also bist du offen für Wiederholungen. Ja, klar. Können wir auch gerne mal bei dir machen, wenn du Lust hast. Okay. Dann würde ich sagen, wechsle ich jetzt die Szene und verabschiede dich. Wünsche dir morgen viel Spaß. Danke für den Talk. Und viel Spaß morgen im Stadion. Gut, dann schönen Tag noch. Tag. Gute Nacht. So. Hast du ein Hertha-Trikot? Wenn ja, welcher Name ist drauf beziehungsweise welcher Name wäre drauf? Ein aktueller. Eine Legende. Liebe Grüße und hau he. Max, erstmal herzlich willkommen nochmal in der Edelmann-Community. Herzlich willkommen in der Abo-Falle, mein Lieber. Ich habe ganz viele Hertha-Trikots. Früher habe ich immer meinen eigenen Nachnamen oder meinen Spitznamen raufgemacht. Felicio und so. Als ich ein kleiner Junge war. Ich habe jetzt, falls ihr euch noch daran erinnert, es gab mal so ein Brasilien-Hertha-Ausweich-Trikot. Das war so ein gelbes, das hatte ich zum Beispiel. Ich habe ganz, ganz viele Trikots. Es gab Torwart-Trikots, Heimtrikots. Beflockung habe ich relativ selten gemacht. Ich hatte Marcelinho mal. Ich hatte Benatira mal. Ich habe auch die aktuellen Trikots beide am Start. Auswärts- und Heimtrikot. Aber ich habe beide nicht beflockt, weil die sehe ich nicht, wen ich darauf machen soll, um ehrlich zu sein. Gegen Mainz müssen wir ein Tor machen. So etwas mache ich nicht, Digga. Das ist nur was für richtige Alkoholiker, Alter. Sind Unioner auch im Chat willkommen? Ja, klar. Jeder ist im Chat willkommen, wenn er nett ist. Wenn er frech ist, ist jeder hier auch ganz schnell nicht mehr willkommen. Egal, selbst ein Hertha-Fan, der frech ist, ist es nicht willkommen. Andreas, ich finde Talks belebend immer schön andere Meinungen zu hören. Finde ich auch. Finde ich auch. Und ich finde es gerade auch mal interessant, nicht Hertha-Fans zu hören. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr wollt ja immer meistens nur Hertha-Leute, aber ich finde es interessant. Ich finde das so gut, dass du die Runden mit den anderen Streamern machst, nicht nur Mappy, sondern gerade auch von anderen Vereinen. War so gut bei Nico. Erweitert doch den Horizont und wir sind doch alle... Ja, sehe ich absolut genauso. Ranger sehe ich absolut genauso. Ich bin sowieso absolut so ein Connector-Typ und ich finde es sogar interessant, wie ihn die Schalke-Fan uns sieht. Und ich finde es auch geil, wenn ich jetzt mit Kesti zum Beispiel ab und an mal einen Stream mache, auch wenn er Schalke ist, dem ab und an mal so einen Stich zu verteilen. Wenn man sich kennt, dann ist das ja auch alles okay. Ich meine, ich habe auch alles Mögliche an Fans in meinem Freundeskreis und dann gibt es halt auch Sticheleien und ich finde, das ist einfach real, anstatt zu sagen, ja, mit einem Schalker rede ich nicht. Das ist ja Quatsch. Morgen beim Fanmarsch? Nein. Wie gesagt, ich bin mit zwei Nicht-Herthanern unterwegs, die ich erstmal bei Anhertha ranführen muss. Micha, den alten Erfolgs-Fan und noch einem anderen Typen, weil Yachim mal wieder krank ist. Oh nein, der Arm ist wieder krank. Ich schenke ihm eine Karte und er ist einfach krank. Es lost einfach der Typ. Anderes Thema. Der andere Mario, danke für 1000 Macbook-Bits, mein Lieber. Danke für 1000 Bits. Also du bist aber auch heute wieder großzügig. Damit katapultierst du dich auf Platz 3, Digga, mit 3000 Bits diesen Monat. Vielen, vielen Dank für deinen krassen Support. Habt ihr zwei Videos bei Insta geschickt? Schaue ich gleich rein. Klar, ich trinke. Ich war mit Felix Abi im Whirlpool in seiner Presidential Suite. Wir saßen oberkörperfrei zusammen im Whirlpool neben ein paar Konkubinen und haben den Shampoos nur so gekippt, Digga. Nee, Haus kaufen bitte nicht. Ich bin nur für Kapitalanlagen zuständig. Also Hauskauf bin ich nicht am Start. Denkst du, Jessic kommt zurück? Also ich habe gesehen, dass die Vierter wohl wirklich ernsthaft darüber nachdenken, ihn fest zu verpflichten. Ich weiß leider nicht, in welcher Höhe diese Kaufoption ist. Schauen wir mal. Tom, kann ich bei dem Unternehmen ein Schülerpraktikum absolvieren? Nein. Also nicht böse gemeint, aber geht wirklich nicht. Bist du eine Marionette von Windhorst? Ja, auf jeden Fall. Ich habe eigentlich gar kein zweites Business. Mein zweites Business ist, dass ich die Marionette von Lars Windhorst bin. Nee, bin ich so krass positiv, dass man das schon sagen könnte? Glaube ich nicht. Also das letzte Video war jetzt nicht so positiv, dass man denken könnte, dass ich Lars Windhorst Marionette bin, oder? Du musst noch eine Lösung finden. Naja, ich werde mal jetzt mit mieten und dann fahren wir zusammen dahin, oder? Ich fand den Talk mit Mepi toll, aber auch mit dem Werder Boy. Boah, ey, das freut mich, Peppelina. Wann bist du vorm Stadion morgen? Gehe 17 Uhr rein beim Mitarbeiter Eingang? Ey, ich glaube, ich gehe noch früher rein. Ich habe wirklich Schiss. Ich weiß gar nicht, Dennis, wann, weißt du noch, Dennis, um wie viel Uhr wir beim letzten Community-Treffen reingegangen sind? Das war ja nicht mal ansatzweise ausverkauft gegen Gladbach. Und trotzdem hatten wir so eine Probleme. Ich glaube, ich gehe schon um 16.30 Uhr hin, oder so. Dein Bremer-Streamer ist sehr cool. Ja, safe. Veresk, grüß dich mal lieber. So wichtig, dass der VfB verloren hat. Definitiv, definitiv. Jachik kann nicht. Dann soll Jachik einen Twitch-Kanal übernehmen und Watcher-Long machen. Der kann ja nicht, weil er, sonst könnte er ja auch mit ins Stadion kommen. Einmal Humpelsäke kommt gleich. Ja, auf Dennis habe ich schon geantwortet. Weißt du zufällig, dass als mit... Warte mal, weißt du zufällig, wie das als Mitglied ist? Gibt es einen extra Mitgliedereingang meistens, wenn ich eine Begleitung habe? Ich weiß gar nicht, ob die den Mitgliedereingang reinmachen morgen, weil ja die ersten 60.000 Tickets nur an Mitglieder gingen. Also glaube ich nicht, dass die das machen. Keine Ahnung. Kann ich dir leider nicht beantworten, lieber Lucky Heavy, auch wenn ich es gerne würde. Wolffuß kennt die Aufstellung auch. Den hat Tom wohl angerufen. So ist es. Woher kennt Wolffuß die Aufstellung? Gibst du, du bist Fritzenkötter. Ja, genau. Fritzi, Kötty und die Jungs. Ich fahre 16.30 hin. Wäre für dich auch Talks mit uns, also aus der Community. Ich zum Beispiel Bayern und Mainz-Fan. Gibt hier bestimmt... Ja, habe ich ja schon geplant. Ich wollte es eigentlich schon Montag machen. Müsst dann mal alle auf meinen Discord kommen. Macht mal den Discord... Also schreibt mal Ausrufezeichen Discord rein, dann habt ihr den Link. Wird bald kommen. Nicht mehr lange hin. Ich weiß halt nicht, ob ich es wirklich mit dem MacBook hier machen will oder ob ich lieber warte, bis mein neues da ist, weil der kackt ja andauernd ab. Aber wird spätestens, sag ich mal, in sechs bis acht Wochen, vielleicht auch schon viel früher, der erste Talk auch mit Leuten von euch auf Discord kommen. Definitiv. Hype auf das Spiel. Definitiv. 45.000 oder Brandenburg. Also wenn es nur diese Entweder-oder-Frage gibt, sag ich dir ehrlich. Sag ich dir ehrlich, aber das ist nur meine Meinung, sag ich dir ehrlich, Brandenburg. Weil 45.000 finde ich lächerlich. Was sagst du zu den Zinssteigerungen? Bei Immobilienfinanzierungen finde ich gesund. Beziehungsweise liegt eigentlich nur daran, dass die Banken in Deutschland jetzt mehr Eigenkapital nachweisen müssen, was ich einfach gesund finde, weil teilweise Kredite, das ist wie bei der Immobilienkrise 2008 beziehungsweise der Weltwirtschaftskrise 2008 gewesen, dass hier nicht böse gemeint, aber irgendjemand, der es sich eigentlich nicht leisten kann, eine 115-Prozent-Finanzierung bekommen hat. Also kompletten Kaufpreis plus Nebenkosten. Deswegen finde ich es nur gesund, dass da mal mehr Eigenkapital hinter der Bank stecken muss. 90 Minuten Jovetic oder Richter Jovetic? Hier nochmal der Hinweis, morgen Schienenersatzverkehr. Echt? Wieso das denn? Wieso das denn? Soll ich Suat aka den Slider morgen auf den Platz erpressen? Ja, mach mal. Geh mal so hin und sag, ey, ich weiß, was du immer abends auf deinen DMs machst, Digga. Wenn du willst, dass deine Ehe heil bleibt, gib mir dein Trikot, du Penner. Ja, mach doch mal, Digga. Wenn der überhaupt spielt. Moin, bin gerade vom... Ach, du bist es, mein Lieber. Wie heißt er immer? Julian? Julian? Justus? Ich weiß nicht mehr. Irgendwas mit J. Grüß dich, mein Lieber. Brandenburg oder 48.000? Brandenburg. Frag mich so lange, bis ich Berlin sage, Digga. Schaut Deke die Streams? Keine Ahnung, Digga. Ja, ich glaube nicht. Außer er ist Masochist. Außer er ist Masochist. Apropos Deke. Komm, es geht jetzt gleich los. Ich hole mir kurz meinen Shisha-Tabak von draußen und dann gönnen wir uns erstmal Humpel-Selke. Maulida spielt morgen nicht. Was sagst du zur Leistung vom VfB? Kurz am Start war, ja? Ist Mario eigentlich noch im Stream hier? Mario ist schon wieder rausgeflogen wahrscheinlich. Ähm, okay. Okay. Jetzt muss ich mal hier Humpel-Selke eingeben. Also ich habe gehört, es soll ein normales Bier geben, aber ob das wirklich stimmt, ich meine, das Hochsicherheitsspiel. Mal schauen. Lightbier wäre natürlich teuer. Du musst halt wirklich viel trinken. Quelix Maggert. Selke. Abi. Wie viele Punkte glaubst du reichen? Doch, das ist dieses Jahr so schwer. Ich glaube, 36 Punkte könnten reichen. 35 Punkte könnten reichen. Darunter glaube ich nicht. Mario hatte sich schon verabschiedet. Scheiße, habe ich gar nicht gesehen. Aber der andere Mario ist ja noch da. Der andere Mario ist ja noch da. So. Was ist denn hier? Quelix Maggert. Sport. Eins. Tom, warum hast du mein Herz gebrochen? Und jetzt ist es zerstört und der Schmerz bei einem Pochen. Digga, ey. Lieblings-Shisha-Tabak immer noch. 36 Tobacco mit Lemon Ice. Lemon Ice. So. 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 Ich will mir jetzt mal kurz meine Kohle auf und dann geht es hier rein in die Reactions, meine Freunde. Leute, die Kohle ist noch nicht fertig. Deswegen könnt ihr mir noch ein, zwei Fragen stellen. Ist einer von euch morgen nicht im Stadion? Warum auch immer. Kann ich zu weit weg. Hat keine Karten bekommen. Irgendwie irgendwas in der Richtung. Also, weil Mappy streamt morgen nicht, ich stream morgen nicht. Dann könnt ihr gerne euch RealNiko reinziehen. Der streamt nämlich morgen das Top-Spiel, weil ich es nicht streame. Ja, deswegen. Also, es gibt zwei Leute, die nicht ins Stadion können. Für die empfehle ich auf jeden Fall RealNikos Stream. Vielleicht kann mal einer von euch Will Nikos Kanal hier reinposten. Da könnt ihr euch das gerne angucken mit ein paar Bremern. Art Mike sagt, gehe nicht mehr zum Derby. Ist mir zu Hass erfüllt. Beim Zweitliga-Match vor einigen Jahren bin ich mitten in eine Schlägerei geraten. Hintergründe kenne ich nicht, aber war plötzlich mittendrin. Schade. Aber das brauche ich nicht. Hoffe aber morgen auf mindestens einen Punkt wird schwer genug. Okay, ja klar. Wenn du so eine persönliche Erfahrung gemacht hast, kann ich das natürlich verstehen. Ist jetzt nicht sehr geil. Ist natürlich wirklich nicht cool. Ich bin auch wirklich der Letzte, der Freund von der Gewalt ist. Also, wenn es irgendwie Hooligans gibt, ist es mir eigentlich auch egal. Dann sollen sie sich auf dem Acker treffen. Ist mir auch scheißegal. Aber was ich halt gar nicht mag, ist, wenn Leute so wie dich halt, ja, Unbeteiligte mit reinziehen. Das bin ich gar kein Freund von. Also, das finde ich gar nicht gut. Oder Unbeteiligte, andere Fans angreifen. Das finde ich gar nicht cool. Ich sage ganz ehrlich, ich bin überhaupt nicht der Typ, ich würde sowas niemals machen. Aber wenn es Hooligans gibt, dann meinetwegen sollen sie es machen. Also, wenn die sich gegenseitig verabreden, dann sollen sie sich doch aufs Maul hauen. Ist okay. Ist ja dann auch in dem Sinne fair, aber nicht Unbeteiligte mit reinbringen, die keinen Bock darauf haben. Finde ich eine Frechheit. Danke dir, Diesel. Danke, danke, danke. Ey, ich würde auch, das Ding ist, ich würde keinen erkennen, glaube ich, außer die, die halt letztes Mal beim Community-Treffen dabei waren. Ey, selbst wenn ich einen von euch nicht erkenne, keine Ahnung wäre, ob es jetzt zufälligerweise Dennis ist oder so. Seid mir nicht böse. Ich habe eine mega schlechte Gesichtserkennung. Wenn dann noch so viele Leute in einem Bereich sind, da kenne ich gar nichts mehr, Digga. Ich sage euch mal ehrlich, ich habe früher, als ich Nali kennengelernt habe, haben wir uns in einem Etablissement verabredet. Das ist mal so eine Real-Talk-Story. Und dann hat sie da so an der Bar gewartet und ich bin einfach an ihr vorbeigegangen und habe sie aber angeguckt. Ich habe sie einfach nicht erkannt. Nicht, weil sie irgendwie in Wirklichkeit anders aussah, sondern weil ich einfach so eine mega Störung habe, was das angeht. Und sie war so sauer, dass sie zu ihrer Freundin damals schon mal, nee, die Freundin war so sauer, die meinte damals, ey, was ist denn das für ein arroganches Schwein? Er erkennt dich nicht mal. Komm, wir gehen wieder und so weiter. Das war so lustig, aber sie ist dann da geblieben. Und der Rest ist ja Geschichte, aber das ist mal als kleine Anekdote. Welchen Bezug hast du zum HSV? Gar keinen. Beziehungsweise doch. Ich hatte früher immer miesen Hate und habe mich richtig gefreut, dass sie abgestiegen sind und mich mies über sie lustig gemacht. Und habe immer gesagt, ey, geil, St. Pauli ist eh der geilere Verein. Aber ich sage dir ehrlich, das war unreif. Seitdem ich merke, dass sie nicht mehr hochkommen und seitdem ich merke, wie es härter geht, tut mir der HSV einfach nur noch leid. Und ich denke mir einfach nur noch, Alter, ich würde es schon cooler finden, wenn der HSV wieder in der Bundesliga ist. Es ist unnötig, so Traditionsklubs zu haten und dann sind so eine Scheißvereine. Also ich sage jetzt keine Namen dazu in der Bundesliga, die ich mir überhaupt nicht reinziehen will. Deswegen ehemals schlechte, schlechte, ja nicht Sympathien, aber ehemals schlechte, ähm, schlechte Vibes zum HSV. Jetzt positiv. Ey, Rainer hat sich wieder verletzt oder was? Der weint einfach, ne? Tut mir irgendwie voll leid. Siehst mich schon auf dem Platz beim Aufwehren, falle wegen meinem dritten Bein auf. Oh, Dennis, der war, der war zu billig, Dennis. Dennis, Dennis, Junge, ich wollte dich wieder loben, aber jetzt hast du es dir verkackt. Jetzt hast du es dir verkackt. Volkspark in der zweiten Bundesliga, schade. Ich meine, es hätte auch gereicht, wenn die mal für ein Jahr runtergehen und man so sagt, ja gut, jetzt können sie nicht mehr sagen, sie sind immer in der Bundesliga geblieben und so weiter. Aber mittlerweile tut es mir einfach nur noch leid, ja? Mittlerweile tut es mir einfach nur noch leid. und ich habe immer noch mega Abnehmen. Also wenn ich gegen HSV spielen würde, wäre das so kurz nach Schalke einer der Vereine, die ich überhaupt nicht mag, wenn ich gegen die spiele. Aber ich spiele trotzdem, ich vermisse Hamburg trotzdem in der Bundesliga. Machst du die Saison noch eine Auswärtsfahrt mit? Fahre zum Beispiel nächste Woche nach Augsburg mit. Ich hatte ja eigentlich geplant und es steht auch weiterhin so der Plan, die Tickets gibt es ja noch nicht nach Dortmund zu fahren. Wenn mir beruflich oder privat nichts dazwischen kommt, mache ich das auch, weil ich wollte da mit einem Kollegen von mir, der wohnt in Paderborn, ein anderer Kollege wohnt im Sauerland, mit denen wollte ich zusammen zu dem Spiel gehen und danach Bochum unsicher machen. Da soll man mal schauen. Also bis jetzt spricht nichts dagegen. Lieber Schalke, Bremen, HSV und so weiter als Fürth und wie sie alle heißen, definitiv. Definitiv. Gerät. Das ist die Frage. Amen. Amen.